ja hallo herzlichen willkommen zur neuen folge player notes battlegrounds wir sind naja ich würde gerade sagen um test server unterwegs das ist falsch test server ist jetzt quasi auf den live servern die neue map ist mit dabei wie ihr seht und wir werden das ganze jetzt mal ein bisschen testen ein bisschen früher als gedacht aber irgendwie habe ich bock dabei ist der bronzo servus hallo also im duo sind wir erst mal unterwegs moin tommick einig vielleicht bootcamp rein stürmen oder so ich mag das bootcamp irgendwie da steht man so schnell ne gar nicht eigentlich finde ich nicht bin da ziemlich oft leben draus gekommen öfter als wenn ich irgendwie paradise so drunter bin da bin ich immer drauf gegangen irgendwie wir sind viel zu spät übrigens moin hd moin matti wir sind viel zu spät unten sind schon bloß 20 oder so jeden zehn kills oder die rechte alle ist frei meine frames sind auf jeden fall schlecht merke ich jetzt schon hier liegt die neue waffe bis ja nein ok hier ist einer drin ich habe den nicht gehört und ich habe das bild vergessen ja ich zeige euch meinen versagen nicht hau der sack ab ne doch nicht ich glaube das war aber ein anderer ja das war ein anderer ich habe den gar nicht gehört ich auch nicht ja das war eine kurze runde iframes waren extrem schlecht bei mir das habe ich richtig in der maus gemerkt und allem ja da waren sie gestern auf dem test server besser wenn er da runter sind ich glaube ich schaue mal gerade das hatte ich äh die letzten male bis auf gestern bei dem test server auch immer paradise resort lief ganz gut von frames her bootcamp war eine katastrophe obwohl davor war es genau umgedreht hier in der lobby läuft auch alles flüssig obwohl hier oft über 20 leute rumlaufen da jetzt ähm hi tine hier die frames einblenden lassen von steam moin kassel moin moin wo kommen wir hin schlag du mal das vor war letzte runde dran ja mal raus mal gucken wie das kassel erscheint wenn ich kassel sehe muss ich um die kassel denken wir haben besuch bringen wir ins haupthaus oben rein und natürlich keine waffe hier unten liegt noch eine autoshoot hier unten liegt noch eine sr will sie mitnehmen ne ok ich habe fast kein neben mehr wo kam der her der hat da gehockt hinter der ecke hast du nen koffer ja ich habe nen medkit gottse dank hier ist einer drin ja die waffe ist ein biest ey hat er noch irgendwas tolles ein helm hat er wahrscheinlich nicht mehr hier lege ich nen 1er helm und 2er helm und 2er helm hier steppes steppes südseite habe ich steppes gehört höre sie immer noch ich hole mir eben den 2er helm ja oh 3er backpack äh 2 helm ach da ja hier irgendwo sind welche ich frage wo hier oben drin ne direkt vor mir ist einer gelaufen auf der anderen seite vom haus aber über uns ist auch einer naja ich speis ne granate rein jo jo ich glaube hier kommt man nur über die treppe hoch hab ihn granate hat aber fast mich erwischt ich habe dich vorgewarnt ja ja er ist ganz hinten auf der linken seite ich mach mal hier zu man kommt da nicht durch ach doch man kommt hier durch ne doch nicht wüsste ich doch noch von gestern der nackert visier? ne nö oh ich habe mein 3er backpack da reingeschmissen das ist noch einer ne ja geradeaus 265 war einer rechts im haus hinten ja hab ihn gehört ne hier ist auch einer am haus der andere ist unten ich bin ausgenockt unten ja ich bin low muss mich am erheilen ich habe keinen koffer dauert also ich habe 4 hier boah der hat ne autoschrotze ja ja damit habe ich nicht gerechnet schade schade moin schlippi uh welche überraschung hey tonics hey kuba ja gute morgen zusammen ja shit hätten wir fast gehabt ah der typ hinter uns hätte uns gekillt hätte wäre ich nicht auf den gegangen ja ich war gerade am schießen da sattest du hinter uns hat sie hat sie es erledigt ach hat der dich erwischt und nicht der von vorne dort der von vorne ok wo ich nach hinten geguckt habe ah ok mein chat redet über pokémon bälle habt ihr einen knall das ist wirklich was das ich nicht mitgenommen habe wo es in meiner kindheit äh populär war du warst mal klein katsache ich bin ein mensch ruine ruine jo ruine 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 tatsächlich habe ich mir eher son goku angeschaut hier dragon balls fand ich viel witziger wenn die erste ganze staffel immer nackt durch die gegend gelaufen ist weil ihm irgendeiner seine klamotten zerfetzt hat nun pfade ich viel witziger wir haben besuch rechtzeitig ha ach du scheiße das sind ein paar mehr ja sind ein paar mehr Alter, das hat lange gedauert Ich bin ausgenommen mit der Wechsel Hier drin sind noch welche, vorsichtig Bist du oben drauf? Ich bin oben drauf, ja Versuch's mal Hier läuft noch einer Oben Oben ist keiner Ach du bist hier drin Ich hab nix zum H&N dabei Ne, alles gut Danke Ist bei mir Wer ist hier drin? Ruhe Noch einer Ich hab n Penny für dich Die haben auch nix Boah, der hat nichts mehr Sauber Ich glaub oben Ich hab keine Munition mehr Hat der irgendwas zum heilen? Nein Hier ist vor mir Warte Drei, fünf Oh nee Warte Hier ist einer mit der Schrot drin Wo denn? Rechts Scheiße Das gibt's doch nicht Ich hab nix Ich hab nix Ich hab nix Ich hab nix Ich weiß gar nicht, ob der da rauskommt Ich glaube nicht Doch Ich hab nix Hier kein Sound Scheiße Ich hab nix Ich hab nix warum muss der flieger ausgerechnet jetzt kommen die hatten irgendwie keinen sound kann da sein haben die sich gedrückt nein hier kommt man auch nicht hoch haben echt keinen sound da irgendwie nicht ne ich versuche es dass man euch mal so ein bisschen besser kennenlernt äh hallo kommt er jetzt nicht hier lang oder dafür ist schon ein biest so 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 wo ist der typ hin er ist verblutet er hat keine aufgehoben sehr toll und wo so hat er das mit seitlich drucken auf bestimmte tasten eingestellt oder auf normal ich habe das auf ne ich habe ne zobi maus die hat links bei daumen button und da ist das lehnen drauf ich fand das mit q und e und seitlich laufen irgendwie beschränkt da brauchst du dann ne du musst mit einem finger dann zwei tasten drücken das hat mir irgendwie nicht gefallen das hat mir nicht gefallen da kommst du eigentlich immer gut ran und wenn du das ne weile trainierst ich empfehle die pusselhäuser auf der ranger ich zeig es mal so ein gebäude hier da gibt es halt 3000 türen ne das habe ich übrigens auch in dem tutorial schon drin aber es ist halt immer noch nicht fertig weil ich gerade nicht dazu komme so wirklich ne wenn du dann so vor die tür gehst und dann gelehnt rechte maustaste mach dir halt so die tür auf ne dann kannst du das schön trainieren wenn du dann ein paar mal durch die pusselhäuser durch bist ein paar wochen lang dann geht das ganz gut neun koffer alles klar ja mit der maus musst du aber auch üben weil das dabei zu aimen ist halt auch nicht so du musst halt üben jetzt nicht mal so eben neun kopf 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 weil du jetzt ein paar mal die m4 mitgenommen hast ne ich mag die nicht so die verzieht mir zu schnell die verzieht zwar nicht aber ich hab mich da nicht dran gewöhnt bis jetzt okay ich spiel die m4 lieber oder die ist geil die machen beide gleich viel schaden ja schaden machen die glaube ich relativ identisch gibt mir die m4 mit dem geraden griff ich hab gewonnen waren die relativ ähnlich die m4 schießt allerdings schneller deswegen nehme ich die lieber ein bisschen schwerer zu handeln dadurch also zumindest nachdem sie es wieder angepasst haben und die scale wieder ein bisschen besser gemacht haben ist es so dass ein bisschen schwieriger wieder zu handeln ist die m4 aber sie macht halt potenziell mehr schaden pro sekunde also nicht pro kugel sondern pro sekunde quasi ich weiß gar nicht wie viel feuerrate die minute hat das kann ich dir nicht sagen kann es gerade auch nicht mehr sagen nix los hier ne meine schöne brücke die wird nicht da kommt keiner rüber ich hab mich schon mal in so ein lkw hier versteckt das ist gemein da kannst du dich rein stellen da sieht dich kaum einer kannst du einfach warten bis sie vorbeilaufen selbst wenn sie oben drüber laufen fallen sie dich nicht so richtig ist mir zumindest so gegangen allerdings war es ein ganzes quad waren ein bisschen zu viele ups gut dass ich so viele waffe habe alter 27 sekunden für die zone bin ja direkt los ich habe mir nur einen penny gegeben was waren da 45 sekunden als die zone los ging aber nicht so viel zeit 11 60er jahres grüß ich oh war das ein Blatt oder war das ein Gegner? Blatt Ich bin sofort wieder da naja Voila, total verkackt Ok, das ist ein Stein değil? esto ist alles D Deswegen die ganze Aufregung. Oh lol, die nehmen wir doch mal mit. Lack in den Jungen und Vierfach rum. Machen wir so. Let's go, M249. Alter, hab ich mich erschrocken. Aber dass der gerade nicht da angegangen ist. Gibt es heute noch ein Special? Natürlich. 48 Stunden Stream. Natürlich nicht. Keine Ahnung. Ich bin auch gerade ein bisschen enttäuscht, dass der nicht umgefallen ist. Also ich würde sagen, mit den ersten Schüssen war ich jetzt nicht unbedingt drauf, aber danach schon gut. Das ist schon ein Bademantel und Boxershorts. Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber drauf. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe. 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 Cause ich hoffe. Es din strink ook geist. Ich hoffe. ich hab jetzt auch ne acker ist weg super ebook high macht regelmäßig zwölf stunden bei twitch naja ich weiß nicht vielleicht hat er da irgendwie ein fable vielleicht ist er ein bisschen weiß ich nicht sind ja so leute die sich gerne selbst penetrieren und daran freude haben ne nichts gegen den ich kenn den ja nicht ist mädel oh sorry er weiß doch warum sie zwölf stunden macht ne eigentlich nicht ach so brauchst du noch ein red dot ja sehr gerne ok ich würde noch eine zweier beste nehmen und alle attachments die unten dran kommen an die schon wieder den namen vergessen ubz der griff hab ich zweier helm brauchst den ne hab ich ich brauch nen rucksack oh ok ich mach grad live stream so aus hier im urlaub die hat den begriff urlaub aber nicht verstanden ne wenn ich urlaub machen würde würde ich euch höchstens screenshot schicken wie meine füße im sandstrand liegen hier liegt noch ein weiteres magazin da ja ok ich hab hier nen 1er rucksack ja oh 3er weste nett 2er rucksack gut gut die slr nehm ich auch noch mit 2er helm hast du ne ja willst du nen dreifach ne ich hab nen 4er gut deine kese morgen will doch keiner sehen oh schalier ja oh hier auf dem steek liegen sehr viele waffen und munition munition hab ich eigentlich waffe auch äh brauchst du noch ausreichne karabiner mitnehmen ach wir nehmen wir nen karabiner mit dann hast du hier drauf cheekpad hab ich noch für dich hier liegt noch ne sks ne ich nehm jetzt hier passt schon alles gut die qbz ist auch complete ich hab hier noch das web dort für dich und wangenpolster wenn du magst ok da müssen wir glaube ich los wie hört die sich eigentlich mit shunny an ja auch nicht schlecht hey chryssel ja ich krieg mal eben was kluck 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 ob beide waffen komplett auskommt nicht schlecht ja was hast du denn die obz und die slr not bad vierfach sechsfach und alles da glaub auf der map bist du mitn vierfach eigentlich gut dabei ne selten dass du mal was größeres brauchst gibt es noch einen schwarzen zweierhelm nö ich brauch noch ein paar koffer ich hab drei wie sieht es bei dir aus einen ok ich leg dir hier einen hin ne lass mal nicht wir finden noch welche oh hier ist einer nein nicht die schrotze dreier hochzeit zweier müsste aber du hast ne dreier ne oh ja die zone jo scheiße aber tut eigentlich nicht so weh die erste oder ja ist halt trotzdem buffer weniger da steht ein auto wollen wir es nehmen ne also ja ich bin dagegen ich fahr auf der karte nie wieder auto eh du wirst immer raus geschossen man glaubts nicht aber irgendwo sind immer gegner in der nähe opel ist bisher das einzige was ich ab und zu mal drauf habe und das nur aus jux und damit kommts noch relativ gut durch zwischen den bäumen mit dem auto bleibst du überhängen da steht noch ein koffer hier wurde aber schon gelootet hier ist auch ein koffer genau ich muss mal ausstellen diese kack neuen sounds von steam wenn man angeschrieben wird wo wir haben es ja gutes stück direkt am bootcamp vorbei ich bin entzückt here la la die untd ich auch u Das ist gar nicht so geil hier. Hier ist es noch ein Karabiner. Moin Damienchen. Hier ist offen. War eigentlich auch klar. Ich will mich im Buffern. Hier ist es noch ein Karabiner. Okay. 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 Rechts hinter uns. Hier ist es. Hinter uns, hinter uns. Nordosten 60. Hinter den Gebäuden. Haben wir es noch nicht gesehen. Doch jetzt. Einen habe ich. Schön, ich sehe es. Hab beide. Sauber. Ich habe auch ganz woanders hingeschaut. Aber du machst das schon. Hey Sunny. Ja, neue Map. Wir hätten vielleicht mal gucken können, ob die noch Buffer haben. Ich habe noch sechs. Wenn du welche haben willst, kannst du welche kriegen. Ich habe zwei. Ja, hier, komm her. Hier, hier. Hä? Dann habe ich jetzt fünf. Ja, nimm mit. Nimm mit. Nimm mit. Du blieb sowieso länger. Quatsch, immer. Hier, hier, der Streamer-Loot. Nimm mir jetzt ein Energy zurück. Dann schieße ich dich an, dann wirst du sowieso brauchen. Quatsch. Ich hasse sowas. Du kriegst die besten Waffen, die besten Autos. Ich hasse es. Die besten Attachments. Und alles feigt nach meiner Nase. Genau. Blabla. Oh, hier steht ein Buggy. Oh, tatsächlich. Aber noch habe ich keinen gesehen. Warte mal, ist das hier drin? Boah, ganz knapp nicht. Das wäre so geil gewesen. Ähm, im Wasser. 250. Jetzt am Strand auf der anderen Seite. Läuft hinterm Baum. 250. 250. Okay. Das sind bestimmt die mit dem Buggy, wa? Keine Ahnung. Oh. Ja, hat mir gesagt, der ist er her. Hat mir hit. Noch sehe ich ihn nicht. Direkt 250. Wenn ich gegen die Baum schieße, siehst du es vielleicht? Es ist einer mit voller Krone. Ah, da. Okay, ja. Läuft zum Stein. Der ist jetzt 255 hinterm hinteren Stein. Gib dir mal ein bisschen Deckung. Ich habe nur den Karabiner. Wenn der läuft, macht es keinen Sinn. Pass mal ein bisschen auf, dass sich hier keiner pusht. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Ja, mach du das. Wow, der hat meine Pfanne getroffen. Übrigens, wenn ihr den Changelog haben wollt, gebt einfach ab. Ausrufezeichen Update ein. Ich habe dir den Nightbot beigebracht. Der heilt sich. Na ja, schießen auf mich. Ja. Und? 170, ne? Ne, das kam auch aus der Richtung. War aber, glaube ich, eine zweite Partei. Ist nicht ein SKS. Er hat den anderen Typen geloopt. Wir sind in der Bombenzone. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt heftiger ist. Weil sie nur noch am Zonenrand ist. Ich würde lieber rausgehen wollen. Wir müssen sowieso laufen. Ein ganzes Stück. Oh. Oh, wir müssen einmal über die Brücke. Oh. Scheiße. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja, toll. In der Stadt da. Eigentlich müssen wir über die Brücke, ne? Ja. Oder wir schwimmen unter der Brücke durch. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Schaffen wir das mit der Zeit? Aber nur 30 Sekunden, ne? Hier oben drüber. Boah, das Auto. Auf der Klippe. Es brennt. Ich habe mir jetzt keinen Shot abbekommen. Von Westen. Ich auch. Ne, doch nicht. Hinter uns. Neu. Boah, ne. Vor uns auch noch. Haben ein Auto an der Straße. Hinter uns ist einer ausgenockt. Ja. Ich heil mich kurz. Ach, macht ja gar keinen Sinn. Und auf Westen ist irgendwo noch was. Vorsicht. Neben heilen. Den auf Westen sehe ich nicht mehr. Ja, aber ich habe schon Nord-Osten 90 sind schon noch welche. Kommst du? Ja, ich komme. Vorne würde ein bisschen mehr wehtun. Hinter dir ist noch jemand, ich schiebe, ne? Am Felsen, da wo das Auto... Ja, ja, genau. Das wusste ich. Ich habe noch keinen Kill reingekriegt. Die sind noch beide da. Hier oben waren Kloster, deswegen habe ich hauptsächlich da hochgeschaut. Am Zonenrand abpassen. Ja. Sind ja deutlich hinter uns. Links auf 2,80. Läuft einer? Ja. Wird der sein. Müsst hier der Baum sein. Jetzt ist er innerhalb der Zone. Ja. Da kommt noch welche außerhalb der Zone. Kommt noch einer. Warte da. Einen habe ich. Muss mich heilen. Oder ne. Okay. Muss mich auch heilen. Fast die komplette 3er Weste zerschlossen. So, dann müssen auch eigentlich welche von Nordosten kommen. Hm. Oh Gott, kann das sein, dass das offenes Feld ist? Zone kommt, wir müssen rein. Ja. Das Haus ist noch teilweise drin. Ich gehe mal rein. Ich gehe rüber über die Straße. Oh. Das war ziemlich close. Boah, hier ist man ziemlich offen. Na ja, deswegen. Ich bin hier im Haus noch drin. Ja, ich nicht. Ich bin immer noch drin. Überleg dir es. Ja, ich kann auch kommen. Ich bin mit der Chaos genockt. Ja. Ah, ich sehe es. Keine Chance. War das kleine Haus. Ach, es ist ein Dreck. Die sind aber nicht drin, oder? Doch, es sind voll drin. Die sind voll drin. Hey, Leonard. Grüß dich. Hi. Oh. Oh. Na klar. Hä? War doch im Kopf drauf, oder nicht? Wir lassen ihn mal. So, das neue Update ist draußen, oder? Ja. Wie ich sehe. Ja, ja. Mir das mal mit dem Event passt. Wie sind das genau? Auf die andere Strahlenseite jetzt zum Mäuse merken. Ich muss den Typen da loswerden. Verhältnis. Er... Das ist ... ... Was ist das? okay okay ich hab den ja nicht mal mehr gesehen ein Board wins aber der war ja lucky der melde dich hey Terror Wienchen ja erfolgreiche Runde ich konnte selber gar nicht glauben, dass ich den erwischt hab weil du konntest dich jetzt nach dem Trick noch bewegen ja auf einmal kam ein Kill rein ich denk so hä ich kann mich noch bewegen was ist los hab ich jetzt wirklich gewonnen ha 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 theoretisch nach der Runde vielleicht noch ein Mate du hättest noch ein Meter nach der Runde okay ja kann man drüber reden Olga lass dir schmecken sagst du was Lennart? äh pff bin echt überfragt sucht was aus das ist bei der Katte immer völlig Wurst das ist doch echt nicht schlecht oder? ja wie so ein Bootcamp das leckt irgendwie ja dann raus ne Sonnbrand macht dich fertig die Sabine gibt hier noch nen nette Menschen bieten sich direkt an zum Eingrämen so wie sieht's denn aus ja zwei sind hier drei echt naja komm aber nach sind auch in der Luft gehst du ran? ich seh noch keinen die sind schon gelandet im Westen irgendwo bei mir ist er ich bin bei dir ich hab keine Weste, keine Helm, keinen Rucksack hab ich jetzt hier liegt noch ne Einser sep gehört hier ist einer knockt oben am Dach links von mir ist auch irgendwo einer kommt ihr mit? ja wir kommen hier links ums Haus am Ganzen oh was? bin safe ja ich hab direkt ein One-Shot gekriegt direkt ein One-Shot gekriegt ok ok reich ein bisschen Energy ne ich hab einen Firsty alles klar passt ich hab auch Energy können wir nen Verband geben? ja mir kostet die AK nimm's jetzt mal mit aber nimm's jetzt mal mit aber da liegt er der ist down irgendwas stimmt nicht ich hab nen Shally bei dem gesehen der hat da rausgeschmissen die Sau hier im Haus die hat nen Step gemacht bei dir im Haus? bin mir ziemlich sicher doch nicht ich glaube doch nicht ich war ganz oben der hat nen Shally A ja hier noch willst du den? ne nimm du den das war noch ein dritter oder? weiß nicht wo der hinten ist der hat nen Kompi A ja deswegen brauch ich den grad noch nicht ja dann gib her ne oh oh der ist low gut achso na wenn jemand die UMP will hier liegt noch nen Kompi drin ach ja willst du Kompensator her? sponsor? ja gerne bring dir bring dir vielleicht brauchst du das ja noch oh 2er backpack ey wir würden grad nen Griff geben und ein Magazin für die QBZ den abgewickelt den abgewickelten Griff kann ich dir gut geben ne den hab ich ich kann doch mit dem ja würd ich auch nehmen ich hab kurz geschossen ich wollt mal kurz testen ja der gerade Griff macht sich immer besser wenn du nahrjahrst mit Shally ja du kannst auf meinen geraden Griff nämlich den abgewickelten für die M4 komm her oh das ist nett dann gehts wir los mit dem Streamer Loot ach ich muss ja den Lut haben brauchst du noch nen Nahkampfvisieren? ich hab's wenn nicht hier ja ja ich noch nen Red Dood ne Red Dood hab ich nicht den würd ich gerne nehmen hier ist ein 2er Helm drin jup ich brauch noch ne Weste 2er Westen sind echt rar ey ist eigentlich die neue Waffe ich find die bisher ziemlich gut also so in manchen Momenten dann wunderst du dich ein bisschen aber nicht PK also ich geh zur Lootbox die wird mir wie weit ist sie? ist sie denn? ich drück bei mir oh toll ah die ist bei uns hier drinnen gelandet ich weiß nicht der Grotzer ist drin ne geht ne wenn sie niemand nimmt ah nimm die liegt hier ich hab's markiert 3er Rucksack nicht da noch kann ich den Schalli dann haben? ja den 3er Rucksack nämlich du willst den Schalli dann haben die Große ja das einzige was drauf geht ja ja von mir aus ich leg ihn mit daneben ja ja den würd ich dann nehmen willst du deinen abgewinkelten Griff dann wieder ne ne hier Bronzo ne ja kann ich wieder nehmen wenn du den wirklich nicht brauchst ne ich brauch ihn dann nicht mehr dann würd ich wieder den abgewinkelten nehmen liegt ne AK jetzt noch du brauchst nicht mehr schieb ich hab einen gefunden hier liegt noch 120, 556 am Airjob dann okay hier liegt noch einen Kompensator eher ich hab einen zweier Weste wär interessant brauchst du siebener? ja ich nicht ne ich hab eigentlich genügend ich hab 300 okay kennt ihr Tanzverbot? ja er kennt ihn nicht hier liegt ne zweier Weste oh ich komm mal oder markier einfach mal das Haus ich war erstmal hier auf 5er Muni hab ich nicht ich will nicht liegt draußen auf der Terrasse ja der hätte schon was schön ey schönes Ende der Runde also ich mag die neue Waffe grundsätzlich bisher die hat so ihre Momente wo es gefühlt ein bisschen durchschießt aber in meisten Momenten berät die einfach nur rein es kommt ein Auto gefahren vom Berg runter 230 von mir aus gesehen hält beim Vorgelände an ich geh mal in die Steine ran ja das will auch hier lang fahren da kommt noch ein Auto hinterher geil ach er meint das AR Magazin fehlt einfach die alten anderen der kleinen Hütte 100 ja einer piekt links einer ausgenockt weiter links an der Brücke irgendwo oder so der Stein ne hab ihn am Stein ausgenockt bei der Brücke nein könnte sein dass das war vielleicht ist einer noch gerätzt er hat vielleicht gerade gerätzt an der Hütte der am Stein ist sehr low gefinisht der hier ist umgefallen ich hab nen Kill reingekriegt und der hat nen Shani D mehr hier ist noch ne 3er Weste drin will jemand den Shani D mehr haben? äh ah ja ja äh SR sorry SR SR D mehr wunderbar cool danke hat der da weiteres Magazin denn ah ja hier hab ich mitgenommen aber ist nicht über oder was doch klar ah cool ohne Smoke sehr gut von da oben alter war aber knapp von berg oben ja gehen wir Richtung Brücke da war es auf 210 ha wir haben alle mal oh er hat mal auf die Pfanne geschossen mit dem Kabi ne naja ich sehn ja ich auch hab ich? ja sehr schön nice ich lauf mal hin ja der hat ja auch nochmal nen Kabi ne da hätten wir jetzt auch drauf gehen können ne wir waren alle am Auto ja komm mal hier auch ich brauch nämlich irgendwie ne Snip danke wirklich für den Lutz an Fide, Jan B und Kalle danke euch Jungs nein für die Leute die noch nicht wissen was Lutz ist es ist eine kostenlose Möglichkeit mich zu unterstützen könnt ihr eine Nachricht im Chat hinterlassen und ich krieg dafür ungefähr 5 Cent ungefähr alles in der Stream Beschreibung verlinkt knickt zur Zeit ein bisschen ein deswegen wollte ich es mal wieder dafür werben glaubt den den Rekord vom letzten Monat schaffen wir nicht mehr in diesem wenn ihr mich unterstützen wollt wär toll kostet euch nix das ist ne coole Sache der war hier ganz vorne am Stein ja gibt ja nix mehr oder meinst du mir das im Zeug sollte noch kein Klassifiber nehm wir noch nen Buffer weg und schau dir her brauch ich dich wieder geraden Chris ja hier echt hol ein bisschen rüber über die Brücke danke dir da liegen noch 3 Waffe unten ne nein jetzt nicht mehr ich hab 6 deswegen dachte ich so oh damn so wollen wir oder jo messen laufen wir über die Brücke ja würd ich sagen 8 und 15 fach gibt es hier nicht mehr oder auf sunhock glaube also 8 fach gibt es im airdrop oder so ähnlich ja also 8 fach im loot spawnen normalen gibt es glaube nicht mehr glaube nicht 6 fach ist glaube ich das höchste ja jungs aber ich habe auch echt zu überrascht der arme kerl zu der siedlung links oder man ist nicht drin da liegt mehr top ja 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 das glaube ich nicht hier ist noch voll dass sie hier ist nicht nur türen zu und so gestern abend den chicken geholt sechs headshots null kills im squad wm ja da wird er wahrscheinlich doch mehr sein richtung awm laufen haben wir eh nichts zu verlieren oder doch einer hat ein dreier ihr habt mir den netzen dann geholt wenn er null oder wenn nur du null kills ja vor mir nordosten springt er rum hinterm hügel jetzt warte ich guck mit warte ich bin noch nicht da er ist hinterm hügel direkt auf nordosten gewesen ja ich sehe ihn du siehst ihn ja der ist oben drauf auf dem hügel oh der hat mich gesehen wie das hat nen hint ah da war die rvm mit dabei ne ja wie hat er mich eigentlich gesehen also hinterm berg hey bastion waren aber glaube zwei leute ey ich habe ihn drei hits verpasst da ging nichts mehr rein 100 grad osten unten bei diesem holzhandel oder was sein soll da sind auch welche ich bin jetzt oben wo die waren ja ich fisch ein bisschen vor das ist ne aussicht hier ich bin mit der awm ausgenockt ich weiß nicht wo der sitzt ich seh ihn ich glaub nordosten 40 ja einen seh ich wieder ich bin weit an dem turm da ich glaub keine smoke oh hier war noch einer die haben sich breit aufgestellt die haben sich mega breit aufgestellt ja naja ich sterbe schnell aber ich glaub ich nicht dass ich sterb die laufen zum airdrop gut dass du jetzt mit dem tim zogst ja hin und wieder mal ne hin und wieder mal waren viele zog krass ja ja ich hab euch gedacht ich hörste steps bei mir ne ja aber rechts noch einer ok ok an der seine habe es gar nicht mitbekommen ja der eine muss der dreier helme haben ja den habe ich die awm kann man auch nehmen zum schluss hey tim wie lange musst du noch tim heute arbeiten wie sieht der plan bei dir aus wir sind eigentlich gestern weiter gelaufen ich habe dann selber gestreamt und habe nicht gepeilt gegnerisches team sein also konntest halt nicht mehr mitverfolgen auf jeden fall auch im team das gehörte nicht dazu ja das habe ich mitbekommen naja ich seh'n Zwei sein. Beide, Minimum. Sonst hast du mehr einen Job. Rechts drin auch ne. Mal gespannt, ob der schießt. Ja. Okay. Frage ist, ob einer ausgelockt wird. Der wollte gerade am Erdrupp holen, ne? Danke für die Luzern Kassel und Jan. Danke, danke. Ach, hier vor 15 geht doch auch, oder? 55 Zuschauer und 23 Likes. Echt? Ist aber schade. Oh, fuck. Not bad. Oh, shit. Du bist drin. Der muss auf dich zukommen. Der ist irgendwo da unten, ne? Mhm. Ne, mit Max mache ich nichts mehr. Aber ist ein Länger nicht mehr. Liegt der nicht da? Ja, da ist er auch. Nice. Easy. Schön gemacht. Schön. Das sind die Grotzer, ja. Das war die Grotzer, ey. Not bad. Das war ne Twitter-Partie gerade, ey. Schöne Runde von dir. Schöne Runde. Heiliger Bim Bam. Ja, das glaub ich dir. Ja, ja. Zweite Chicken am Stück hier. Kannst du mir nochmal das Passwort von einem Test schicken? Für den vierten? Ja. Ein Hate von mir. Hm. Hm. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen abregen. Oh, da fehlt eine Ehe. Ja. 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 Was hast du schon selber rausgefunden, oder? Ne. Ab G. Nach dem G in E, oder was? Ah, ne. Fehlt da gar keine Ehe. Ich bin doch blöd, ey. Ne, ne. Alles richtig. Müsste so passen. Mit Doppelpunkt und so, ne. Ist ganz wichtig. Groß-Kleinschreibung. Das hat sich einer von unseren Spezialisten einfallen lassen. Er fehlt nirgendwo da sie eh. Hehehe. Verwönt ihr, ihr Zuschauer? Ja, wo wir gerade Sekunde Zeit haben. Und angeblich gerade so wenig Likes da sind. In Anführungszeichen. Ich mache sonst nie Werbung dafür. Das wisst ihr ja. Sollte eigentlich jeder machen, wie er Lust drauf hat. Ne. Wie er sich selber fühlt. Wie er selber mit seiner Sache umgeht. Aber ich wollte mal so ein bisschen aufklären, was so ein Like eigentlich macht. Weil mit diesen Likes und Dislikes funktioniert dieses ganze System. Dieser ganze Algorithmus in YouTube. Man kann noch so viele Klicks haben. Wenn da keine Likes oder Dislikes drauf sind. Ist völlig egal, was von beiden. Dann wird das Video schlecht gerankt. Und dann hast du natürlich auch keine Chance, dass sich jemand kennenlernt, der dich vielleicht mal gerne sehen würde. Von daher würde ich mich natürlich immer freuen, wenn er mich irgendwie bewertet. Wenn es eine negative Bewertung ist, dann ist es so. Sehe ich nicht so wild. Aber natürlich eine positive wäre schön. Hauptsache irgendwie eine Bewertung. Das wäre nett. Im Kompass wird ungültig. Ja. Am besten kopieren. Das ganze Passwort. Ja. Seid aufpassen, dass es keine Lehrstelle drin hat. Das ist sau dämlich. Ich kenne das. Das müsste eigentlich richtig sein. Moment mal. Ich habe es jetzt nochmal direkt kopiert aus dem Dingens. Das ist genau dasselbe. Da habe ich auch mal Probleme irgendwie mit dem Passwort. Ich kann dir auch nochmal die komplette IP mit Port geben. Ja. Wie für ein Like musst du Kuchen anbieten? Da muss ich mal mit Biene reden. Ich glaube da ist er aber. Pferde Gandalf. Kann das sein? Genau. User was moved to your channel. Ich bin drin. Sorry. Servus. Kopieren hat. Ich habe Piert. Hat irgendwie nicht funktioniert. Musste selber eintippen. What the fuck. Okay. Ja. Ich weiß. Wir haben öfters mal Probleme mit dem Passwort. Keine Ahnung wo. Das ist auch mega kompliziert. Wir haben hier einen Sicherheitsfanatiker. Der brauchte das. Alles gut. Alles gut. I don't care. Nicer Street. Gleich geliked. Danke dir. Danke dir. Wechsel dann. Schönen Tag noch. Wir sehen uns mal wieder. Bis dann. Das Game. Hä? Hä? Ich habe das Game noch gerade gestaltet. Wie sieht es jetzt? Game trollt mich heute nur. Ich bringe euch ganz viel Anlag. Musst aufpassen. Das Game hat mich heute auf dem Kieker. Jetzt hat es mich verschont. Bietet noch mal ein bisschen Unterhaltungsmusik während wir warten. Gameplay Killfeed. Ein Killfeed oben sieht man schon nicht selber, wenn man einen killt oder ausknockt, oder? Da bist du gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, man sieht sich da oben nämlich nicht selbst. Äh, ich brauche jetzt mal einen Invite. Oh, hey Arman. Alles klar, sind wir ja vollständig. Mir gefällt die neue Karte bisher ganz gut, muss ich mal sagen. Macht Spaß. Übertrieben. Ja. Bisschen mit Party. UMP ist broke auf der Map. UMP ist broke? Warum? Gestern 13 Kill, Solo, UMP und die UMP. Loll. Was? Hatte noch eine Karte dabei. Bin ich einmal gebraucht. Also ich habe schon ein, zweimal geschossen, aber die hätte ich es gemisst. Und da die Leute einfach im Spray-Duell gefickt. Ich spiele aber auch First Person only. Da kann man das gut machen. Okay. Sehen, dass ich in Third Person richtig reinzacke. Ich habe das mit diesem Third Person Peak nicht drin. Weil ich aber nur First Person Shooter bis jetzt gespielt habe. War bei mir nicht anders, bevor ich Battlegrounds gespielt habe. Ich habe nie in Third Person gespielt. Und alles, was Third Person war, habe ich irgendwie gehasst. That's Makes Pain fand ich scheiße. Okay. Aber das hier spielst du lieber in Third, oder? Ja, irgendwie schon. Okay. Bis auf tatsächlich jetzt diese Map. Also Sunhawk, finde ich, macht auch im First Person richtig Spaß. Aber die anderen Maps finde ich aber scheiße im First Person. Wieso denn? So wenig Übersicht einfach. Du ständig Gegner direkt neben dir und du hörst nichts. Du siehst nichts, weil irgendwelche Berge dazwischen sind. Hier hast du einfach viel, viel mehr Übersicht, finde ich. Alright. Aber das Spiel ist ja nicht zu langsam, zu vercampt. Weil der halt jedes Mal, wenn du einen Move machst, riskierst, dass sich einer sieht, ohne dass du ihn siehst. Das ist halt so das ganz große Manko, das mich stört. Übersicht alles fein und so. Aber das Spiel wird so mega langsam, wenn zwei hinter Steinen sind und du halt einfach dann keinen Move machen kannst. Weil du weißt, der andere piekt dich dann halt aus der Deckung. Und wenn er schießt, dann kann es halt schon moveen. Okay. Also ich wäre für Paradise. Können wir machen? Ja, ich wäre Paradise. Es gibt ja Third Person Tricks. Du kannst da Smoke werfen, dich reinstellen und drüber gucken. Jo, fair. Ja? Ja. Du kommst halt gut raus. Du kannst natürlich nicht durch den Smoke einfach First Person schießen. Du siehst halt nichts. Du musst halt Third Person schießen. Ja, stimmt. Und dadurch trifft es halt nicht so gut. Es spielt sich so komplett anders. Es ist das gleiche Spiel, aber zwei unterschiedliche Kameraperspektive. Es macht so viel aus. Es ist unglaublich. Es hat auch was im Third Person auf jeden Fall. Es gibt so einige Spielmechaniken, die du viel besser ausspielen kannst im Third Person finde ich. Wir haben viel Besuch. Genau. Jojo, immer so. Und die musst du halt auch lernen und... Ja, genau. In der Mitte ist jetzt Elephant. Das ist nicht mehr Main Square, das ist Elephant. Ich weiß, wo bin ich. Ich finde, wenn das... Ah, okay. Alles klar. Ja. Oh, eine OMP. Hier ist eine DP. Oh! Ich habe Tram Dops. Oh, Steiger! Lass mich in Ruhe mit deiner Saiga. Ey. Links noch einer, links noch einer. Links. Einer. Hier oben. Ja. Yo, der. Der. Ich bin an dem Glocken hängen geblieben. In der Richtung. Der hat an. Der hat an. Der stirbt nicht. No joke. What the fuck? Ich habe den fast zwei Magazinen in die Brust geschossen. So. Die sind gesheftlich auf dem Server. Holy shit. Ich hole Bonzo direkt. Ich habe noch keinen Kick reingekriegt. Hier oben liegt auch noch einer. Ausgönung. Ah. Hier den abgewinkelten noch snitchen. Ja, komm. Ich habe den. Oh, geil. Schieb genau links oben. Auf dem Podest. Das? Mhm. Okay. Ja. Gibt mir noch Schmerzmittel. Der eine ist hier komplett umgefallen direkt. Den Helm hier gönnen. War gerade richtig crazy, was sehr geschluckt hat der eine im Schwarz. Holy. Juckt. Oh, hat drei Helmhäfte. Oh, das war close. Wurde von Mitte beschossen dauernd. In der Mitte ist er noch. Ja, ich denke auch. Elefant, ne? Bin ausgenommen. Ja. Das gibt es auch nicht. Ich habe ihn gesehen. Er kommt zu mir. Scheiße. Unheatable. Ich bin ja gleich safe hinter der Ecke. Wüsste ich. Komm mal zu. Ja, ich bin. Bist du. Bleib, 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 bleib hier. Ich bin tot. Ja, das. Alles tut. Ich komme mit einem Kaffee. Mach mal. Einer ist im Balkon, würde ich sagen. Oh, siehst du ihn. Rechts von dir. Einer nach oben drin. Bei ihm da. Ah, guck mal. Oh, ist noch einer. Ja, ja. Ab ihn. Moment. Das ist doch broke, das Game. Fünf Sekunden später kriege ich meinen Kill. Like, what the heck. Ja, ja. Nein, nein. Ich habe, glaube, den gerade gekillt, oder? Ja, ich weiß. Ich hatte den auch schon gefinished. Ja. Richtig broke, Alter. Richtig broke. Hat jemand Bock auf einen Sechser? Wird das abgeben. Ich habe gerade nichts zu benutzen. Und der Typ hier hat auch noch... Hier war eine Mini drin, bei dem einen Typen. Ja, ich habe Sechser und Vierer abzugeben, prinzipiell. Der Typ hatte noch Tonnen von Fünfer. Ich wollte Bock haben. Mini. Ich habe noch einen AR-Magazin. Oder Red Dog. AR-Magazin würde ich nehmen, ja. Ich habe auch noch einen AR-Kompensator abzugeben. Das ist jemand AK-Spiel. Wer AK-Spielen möchte. Die QBZ. Nee, gerade nicht. Alle mit QBZ am Start, ne? Hier ist übrigens noch ein Shally-Essayer. Oh, so in der Mitte. Ein Shally-AR für jemanden. Ich glaube, ich will Comfy. Ja, dann nehme ich die Mini-Mit. Okay, krass. Also, ja. Einen der Shallys würde ich natürlich gerne nehmen, aber... Ja, kann ich haben. Ich habe noch einen Vierfacher zum Abgeben. Ja, ich habe Scopes. Vierer, Sechser. Also, ich habe auch noch zu abgeben. Ah, hier ist eine Mini. Oder wolltest du die hier nehmen? Meintest du die hier? Ja, komm. Nee, nee, komm mal her. Komm doch mal her. EP legt. Guckst du dir an? Einen Moment. Guckst du dir an? Vielleicht gefällst du dir, ja. Sag mal. Oh, die ist ziemlich lecker. Da fehlt nur noch ein besseres Scope drauf. Das können wir ja selber regeln. Oh, zwei. Hier lücken wir eine Zweifeste. Ich brauche mal den Schüssel hier noch. Geraden Griff würde ich bevorzugen. Einen geraden Griff. Einen langen, schwarzen sollst du kriegen. Kommt es mir nur so... Nein, es kommt mir, glaube ich, nur so vor. Und ich brauche Koffer. Hab keinen. Einen Koffer? Oh, komm mal her. Warte. Du hast mich hier vorher so schön geholt. Ah, nee, warte. Ich bin gesaved. Brauchst du auch noch Booster? Ich hätte sieben Schmerzmittel. Ach, Booster habe ich erstmal vier. Alles gut. Tony ist da. Hm. Okay. Hier war auch schon einer. Hier kommt, du hast gefahren. Süd, Osten. Ja, die fahren nur in der Straße, glaube ich. Hattest du jetzt noch einen Extended Bag oder hast du es schon gedroppt? Das ist das, was in der Waffe drin steckt. Ach so, ach so. Ja, easy, easy. Dann packe ich das mal schnell auf meine Dinge. Rezept. Rotpunkt hat auch niemand gefunden. Ich denke, keine Rotpunkt gefunden. Doch, die lagen überall rum. Ja, aber ich habe sie nicht mitgenommen. No worries. No worries. Rotpunkt sind wir überall. Echt? Außerdem sind die Ironside von der QBZ easy cool. Oder was meint ihr? Die Ironside von der easy cool. Ich weiß doch gar nicht, wie das so aussieht. QBZ Ironside ist so ein... Das Korn vorne ist relativ nice. Finde ich auch. Ich kann so ziemlich gut Onescope spielen. Ach, Shari, AR, hätte ich nur abzugeben. Also wenn den niemand nimmt, nehme ich den logischerweise, ja. Nimm ruhig. Ich habe einen. Okay, krass. Alles klar, ja. Deswegen wollte ich ja den gerade in den Griff haben. Ich glaube, Schieb, willst du den... ...bissen rüber? Naja, war gerade ein SKS-Schuss. Ich will nochmal gucken. Eigentlich müsste der hier bei den Gebäuden irgendwo sein. Äh, Quatsch. Karabiner-Schuss. Habe ich sehen, nicht. Ah. Oh. Ja, irgendwo drüben auf meinem Berg. Oh, direkt vor mir Spieler, direkt vor mir Spieler. 20, 30 Meter, 165, hinter der Ridge. Ist von rechts nach links gelaufen. Auf die Schüsse auch zu. Dürfte jetzt von mir auch schon... Ich habe gesehen, er ist unten an der Straße, zwei. Pusche. Ja. Jetzt, da kann jemand da schnell schießen mit der Mini. Ja, sehe einen. Der zweite ist close bei mir am Stein. Oh. Am einen. Noch einer so. Steine. Pink. Boah, ich bin scheiße. Oh, der Brust, nee, der ist immer noch am Stein. Könnte Hilfe brauchen, der ist über low. Ja, und jetzt. Ich bin ganz schnell, ich bin ganz schnell. Ja, ich bin ganz schnell. Ja, ich bin ganz schnell. Keine Chance. Der ist direkt linker, nächster Stein bei dir. Ja, wow. Ah, fuck, Alter. So viel Leute. Ah, einen gekriegt, den zweiten nicht mehr. Shit, Alter. Das ist auch die neuen Fahrzeuge. Das Tuk-Tuk gibt es noch nicht. Doch, das Tuk-Tuk gibt es? Ja, aber das steht nur rum, das kannst du nicht fahren, oder? Ah, okay, easy. Das wusste ich nicht. Alles klar, ich habe es noch nie versucht zu benutzen, darum. Puff. Frank hat es erst mal in die Top Ten gekommen, oder was? Vierter Platz. Sehr geil. Was, wir sind Vierter geworden? Nein, nein, nein. Jemand aus dem Chat. Absoluter Luckshot gerade von dem. Ehrlich, die Kacke. Du wirst gesprungen, oder? Dann hast du ihn gefangen. Ich war hinter einem Busch und habe noch einen Headshot gefangen. Ich glaube, ein Sprung kann sein. Geht ihr euch realer? Nee. Ah, okay. Wir haben uns hierüber kennengelernt, glaube ich. Nice, nice. Oder Leonard? Über Moondie, über Moondie Discord, glaube ich. Ah, stimmt. Über Moondie. Ja, krass. Da habe ich aber auch schon länger nicht mehr reingeschaut. Ich auch nicht. Nö. In letzter Zeit zu viel Laufs online. Die nicht spielen können. Früher war das geil, da Moondie ja selber so ein bisschen tryhard ist, hat man da immer relativ ambitionierte Leute gefunden. Das war eigentlich nur nice. Mittlerweile findet man da hauptsächlich Laufs. Okay. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Hey Simon, hi Janis. Ich bin da, guckt meistens so ungefähr, steht einmal pro Woche rein, irgendwie so. Meistens ist es irgendwie Dienstagmorgen, wenn ich irgendwelche Leute zum Spielen suche. Und mal wieder Uni-Schwenk. Ja, ne, gucke ich da rein. Aber, äh, jo, Qualität hat deutlich abgenommen. Also ich meine Lettix zum Beispiel habe ich euch auch da kennengelernt. Den kenne ich nicht. Ne, ist mir ich. Achso, loll. Lettix in the ass, Limon Gaviria, Lennart. Ich habe viele Namen. Okay. Wie viele PUBG-Accounts hast du eigentlich? Ein. Du hast nur einen, okay. Hey Hans, grüß dich. Vielleicht hast du für den... Ich habe mal überlegt, um noch einen zu machen. Einfach so, dass man, keine Ahnung... Rollen kann. Wo wollen wir hin? Ich wäre wieder für Paradise. Ich liebe Paradise, aber ich passe mich an. Ist Benzo eigentlich da? Ist eigentlich gar nicht. Bonzo? Ich bin da, ja. Ja, doch. Ach, Bonzo. Ich habe ja Bonzo gelesen. Scheiße. Unglaublich Frechheit. Ja, ja. Bonzo, der Clown. Wie habt ihr euch über Moonday kennengelernt? Ähm, über den Discord meine ich, ne? Ja. Ja, ja. Ich habe aber irgendeinen, auch mal Streamfrancis, habe ich bei Moonday immer mitgespielt. Der hatte mich noch geedit. Aber ich wusste jetzt nicht, ob du das warst. Oder der andere? Ne, ich war es nicht. Haben die eigentlich die Fallgeschwindigkeit geändert? Ja. Also 210 ist Maximum. Vorher warst du 240 oder 234? Ne, immer noch 234 Maximum. Okay. Yo, ich kriege Fallschaden. Das ist immer geil. Einer ist unlucky. Ah, ne, Schiebe ist unlucky, okay. What? Oh, da ist einer raus. Direkt hinter dir. Oh, der Karrt. Der Karrt. Hat sich hingelegt. Oh, gut. Da hast Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt. Ey, ich spiele jetzt, glaube ich, einfach in First. Ist mir egal. Ich bin zu bad in First, Alter. Ich bin keine Hilfe fürs Team, so. Das ist richtig räulig. 2000 Spielstunden und trotzdem nur abgeschossen werden, das bockt nicht, weißt du. Oh, 3er, weißt du. Oh, einer parkt. Ich gehe mal catwalken. Ich gucke, ob ich das reichen kann. Kilo und 3er Rucksack, Jeep. Äh, bup, bup, bup. Ich komme. Dreck. Get outplayed, son. Uiuiui. Einer parkt, down. Hast ja gar kein Helmchen. Einer noch outside Nord. Hab meinen Kill gekickt. Hab nur einen gefinished. Okay. Zwei bei Nord, einer draußen. Wen hast du genommen, Jeep? Einer ist Westhorn. Okay. Äh, ja, ich meine Westhorn. Ah, den gönne ich mir schnell. Hier sind zwei Helm bei mir. Ja, SKS bei dem Pipi. Ja, den brauche ich dann. Hier unten, direkt vor mir. Okay. Ist hier nicht an einem Gebäude? Weiß ich nicht. Oder wo ist der hin? Einer ist Info, einer lag vorne dran. Ja, ich hab, ich glaube, unten aus dem Gebäude raus. Ja. Tot. Okay. Okay, nirgends. Good job, boys. Hast die SKS mitgenommen? Nee, die liegt noch. Hier ist noch ein 3er Rucksack. Oh, Schallier, ja, schon wieder. Du hier irgendwie Loot-Hacks an? Ich hab'n Haufen Griffe abzumgeben. Oh, Griffe sind immer geil. Baden, wie immer. Ich brauch Nahkampf- und Fernkampf-Visiere. Ja, zwei Helm. Gäste. Ähm. Oh, möchtet jemand einen Karabiner spielen? Hab einen, danke. Würden nehmen, ich hab meinen SKS. Gibt hier oben. Hier, wer braucht noch einen Lack-Hack-Scop? Hätt noch einen Rotpunkt abzugeben. Jo. Hab eins dabei, kommen wir zu dir. Ich hab noch einen Schalli AR übrig. Also sechsfach abzugeben, oder? Jawohl. Kann die AR haben, will keiner? Ja, also ich spiel eigentlich mit... Ah, jemand, der sich eine SKS holt, sollte den behalten. Ja. Cool, was grüßt, der SKS liegt da. Und abgewinkt, ja. Ja, ja, Benzo. Äh, Bonzo. Bonzo, ja. Fuck my life, Alter. Sorry, ich hab vom Studium her ab und zu mal mit Benzos zu tun, darum. Sechsfach on me. Die SKS auch da drin? Dann nehm ich die mit. Ja. Ich werd' dich glauben. Warte, dann nehmen wir halt das noch Schieb. Wieso Bonzo, Alter? Dann nenn ich doch Benzo. Nee. Okay, Bon, bist'n Siebener. Äh, okay. Hier liegt noch 90 Schuss. Okay, die hol' ich mir, das reicht. Alles klar. Hast du noch ein erweitertes SR oder sowas? Ich hab' noch ein erweitertes SR für dich. Oh, das ist gut. Oh, Mann. War er leuchtet. Alles klar, Main. War er leuchtet. War nicht sogar drei. RIP. Ich brauch' einer so lang. Da leid' er auf meiner Leicht. Oh, ganz so oben war einer. Ja, ja. Fick' ihn, wir haben's sehen. Hab' ihn gefickt. Einer rennt noch hoch vom Balkon. Noch mal einer hoch, die Treppe zum Balkon. Keine Granate. Und einer, glaub' ich, hinten dran, der versucht... Ja, einer klettert auf'n Balkon rauf. Nein! Oh, nein! Er ist da vollbehindert. Nächster down. Alle down. Ich hab' meinen Kill gekriegt. Ah, ne, du hast gefinished. Sorry. Das war hab' ich gefinished, ja. Der wollte weg. Einer ist noch auf der Rückseite vom Dach. Vielleicht ist er hinten runtergekrabbelt und will gerest werden. Auf der Rückseite von diesem Vordach hier. Ja, er ist hier. Wird gerest. Hinteran Lucky hier hinten. Ja. Wir haben auch noch da. Direkt unten, ja. Geht noch einer. Alter! Robin, alle drei tot. Hier sind zwei Air Drops runtergegangen, ne? Ja, ja, gehen wir grad. Komm' grad hoch. Let's go. Grad hinten. Hier ein Auto? Ja. Ja, ja. Fährt zum zweiten Drop, hat den ersten geholt. Fährt jetzt uns entgegen, zum zweiten hier. Links von mir. Hab' einen hart gehittet. Fährt hier oben angehalten. Zwei. Ja, ja. Zwei Dudes. Zwei Dudes, der eine muss melden. Komm, lass pushen. Einfach ran hier. Ja, ich muss mich kurz heilen. Okay. Einen weniger. Ah, ja. Hab' einen. Noch einer da. Ja, selbe Position. Da kommt noch einer. Ah, vergeben. Was? Ach, das waren zwei, deswegen. Ja. Einer oben drauf. Einer oben drauf. Über die Bände. Ah. Ah. Hier ist aber immer ne Action, ey. Ja. Wo kommen die denn alle her? Darum ist Paradise so. Darum lieb' ich Paradise, Alter. Sind alle tot? Jo, alle tot. Wir wurden gepüscht. Also muss ich schnell rauchen. Warum kommt denn da zwei Teams nach? Schon allein. Und dann die noch mit dem Airdrop. Ja, Paradise ist aber immer gepusht. Kannst da eigentlich drauf gehen. Okay. Gibt ein paar nice Compounds rundum, die relativ viel Loot in relativ kurzer Zeit operieren. Und da kannst du rüber hin und dann da hinlaufen. Hey, Leon. Gibt drei. Ja, eins rechts und zwei links von Paradise. Okay. Wie viele Spielstunden habt ihr eigentlich, wenn ich mal so ganz schüch fragen darf? 1700 knapp oder so. Sick. Zu viel. Echt? 575. 570 mehr hab ich nicht. Ah, 500. Was? Ich hab grad 175 verstanden. Das sagt er. Das sind rookie numbers. Ich muss mal gucken. Ich glaub, auf das hier hab ich irgendwie als 5 oder als 6 oder so. Ob noch Test und noch ein anderer Account zu... Jetzt schau ich die Deathcamper an. Verbiss dich. Wie viel hast du eigentlich, Lettix? Ich weiß gar nicht. Du hast doch auch noch keine 1000, oder? Was? 1000? Spielstunden, achso. Oder? Du hast keine 1000, oder? 600 gerade. Ah, nice. Ich konnte ich spiel lange nicht spielen. Also wegen Hardware oder was? Ja. Eins. Ja, braucht schon ordentlich. Was stand da grad? Drück Steuerung, wenn du einen Stapel rüberziehen willst, oder sowas. Ja, ein Sackenteil im Inventar. Achso. Ja, wenn du was abgelegt hast, kannst du ja Rechtsklick machen und dann zieht's dir nur einen bestimmten Teil rüber. Ja, so wie du kannst, aber es geht halt nicht bei Leichen, das ist mega dämlich. Ja, und bei Lootzeug auch nicht. Ich dachte, wenn du jetzt mit Steuerung drückst, geht das. Ja, ne. Steuerung ist Teilen, stimmt. Alter, mein Bro ist echt der Beste, ne. Ich weiß nicht, man... Manchmal frage ich mich schon, Alter, wie der Typ irgendwie seine Ausbildung schafft. Kauft sich gestern ein 075 Bier. Also 075 Liter. So, haut das in den Kühlschrank. Hey, Old Man. Grüß dich. Ja, no. Wie ging die Geschichte weiter? Mute. Geschichten aus dem Polanerkrappen. Soll man Regen machen und irgendwo... Ja, ein bisschen Party kann ja sein, aber die ganze Zeit gepusht werden, das ist irgendwie... Resort muss ich eigentlich schnell looten und gleich abhauen, weil da pushen immer noch Leute rein. Ja, dann gehen wir da nicht raus. Ah, lol. Ich bin raus, schieb. Ach, lol. Ich hab das schon parkiert. Ja. Ja, wir waren ja schon ewig dran vorbei. Hey, O'Rio. Ja, Camp Charlie. Ja, lass uns Camp rein. Viel witziger. Oh, da geht's auch ab. Ich glaub, unser Freund da checkt das nicht, der geht jetzt allein da rein. Wie soll ich denn eigentlich nennen? Pferd will ich mich nennen. Jan. Doch, doch, du, da kannst du mich Pferd nennen, alles gut. Pferd, Jan. Da gibt's so viele Running Gags schon, Alter. Da kannst du mich ruhig Pferd nennen, no worries, Alter. Sehe ich nennen dich an. Was dir lieber ist, was dir lieber ist. Ist mir lieber. Ich leck's aber auch. Wo nicht. Aber wieso sagen? Sind wir eigentlich alleine? Nee. Kein Fall. Okay. Ich hab noch keinen gesehen. Die Mauer nicht, also. Ich hab grad was runtergehen sehen. Äh. Ganz im Osten. Können natürlich noch weiter gesprungen sein, dass ich das vielleicht ein bisschen verkannt habe. Also ich fühl gar nix und ich seh nix. Hier ist keiner, glaub ich. Glaub auch nicht. Na dann. Ich würd trotzdem aufpassen. Ja, immer, immer. Ist das Seinuk. Oh, ne M24. Hier liegt ein Karabiner. Ey, wenn, dann eine M24. Geh gerne für ein Karabiner. Markiert. Moin, moin. Oh, okay. Okay. Ja, ja. Na, warum nicht? Ja, ja. Rutsch rüber. Ja, vor allem nimmst du ja was zum Essen mit. Ich kann nämlich nüt, ja. Ah, ja, sowieso. Kann ich eigentlich nicht bestellen, aber vielleicht nachher Pizza oder so. Easy, mach's. 2 erheben, ist noch bei mir? Was ist einer bei dir? 2 erheben. Hier ist ein Auto, fährt weg. Also sie sind doch Leute. So, ich dachte, das ist einer von euch. Ja, Mann. Wir holen schicken Dinner. Bis nachher, Digga. Sorry, grad Telefon. Ja, ich nehm ne Pizza Kalsone dann, ne? Geht ihr eigentlich Schweizerdeutsch? Jo, bis schnipp. Ja, man hat's verstanden. Okay. Manchmal versteht man es, aber manchmal verstehe ich kein Wort. Kommt auch drauf an, weil ich komme ja aus Zürich. Also, da ist, äh, Dialekt jetzt nicht so krass. Aber zum Beispiel war Lisa deutsch, oder auch so... Retro... Also, Frau Binden, rettomanisch. Das, das... Hier liegt ein Zweier, wüsste. Ich brauch ein größeres Visier. Ich auch, ich brauch jetzt mal waschen. Ich hätte ein Sechser abzugeben. Ich hab momentan nur nix, dass das... ...wo das sinnvoll drauf ist. Also... Ja, würd ich nehmen. Oh, da ist ne DP gemägt. DP? Alter, OP das Teil, Digga. Höchster Schaden von der vollautomatischen Waffe in diesem Game. Ja, das stimmt, aber... Sie ist katastrophal. War's easy, Alter. Swag Control on point, Digga. Teil böllert einfach nur Leben kaputt. Was ist mit ihr? Können auch nicht mit ihr spielen. Ja, ne, ich liebe das Teil. Wollen wir los? Hier ist nichts. Dich halt einfach... Also, du musst dich natürlich hinlegen, so, ne? Aber... Ja, genau. Immer Dropshot. Irgendwie so auffällig, ich leg mich bei dem Spiel übel selten hin. Ich dachte am Anfang auch, dass das übel bad ist, aber grad auf Zaino, wo das Gras so nice ist, du kannst dich halt... ...legst dich halt hin, dann. Also... Dann Third Person. Easy. Äh, ja, gelb, wir haben ja sogar Third Person, Alter. Ja, normal, Digga. Ich bin immer noch in First, ich loote immer in First. Hey Leute, immer, grüß ich. Braucht noch jemanden, Pro-Punkt. Auto. Auf dem Hügel oben. Einen Fett gehintet schonmal. Der ist rechts raus. Die anderen sind links. Ist der nicht angehalten, oder was? Der ist hinter, ja. Der ist hinter dem Auto hier. Das fährt nämlich noch ein anderes. Okay, hab einen. Jeep, bei uns ist eins. Ja, genau. Der hat jetzt angehalten. Ja, der Jeep hat angehalten. Nur ein Auto. Jeep ist unter mir, direkt unter mir. Ah, geht dann, geht dann das andere... Geht dann das andere Land. Okay, aber der VSS beschießt mich. Okay. Äh, Bonzo, hast du den gelootet, oder hat er noch was Nices? Der hatte gar nichts. Okay. Alles klar. Der M4 ist drin, ja, aber ohne Muni, ohne X. Hinten laufen auch welche, äh, Norden, genau, am Häuschen. Okay. Oh, der hat mich gut getroffen. VSS. Das ist doch close. Ja, ich seh ihn. Noct. Am Hüttchen noch einer. Ja, am Hüttchen noch einer. Hat Hütt. Oh, schön. Kann sonst ein bisschen kaum auffeiern gehen, falls ihr zwischen wollt. Hier wohl. Warte nach. Noch ein ganzes Magazin, das ich da reinzubringen kann. Oh, die Zone kommt. Ja. Wollt ihr den? Ach. Ah, Bonzo ist schon unterwegs. Jetzt sind wir noch an der Hüte. Ja, aber ich glaube so. Lassen wir noch schnell den Kill hier looten. Der rennt jetzt auf dem hinten weg. Okay. Hat zwei Hits. Hat einen M24-Hit. Okay. Mit einem Red Dot. Zeit. Aber was, da ist immer noch ein Red Dot auf dem Ding. Komm mal her. Ja, warte mal her. Kommt noch ein Auto. Boah, Alter. Unnormal. Jetzt lebt noch so weit weg. Die haben uns geflippt. Ja, auf der Brücke, oder? Ja, fahren jetzt weiter. Boah, die lassen wir hier nicht runter. Fahren rückwärts. Ja, 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 ja. Der hat einen Hit. Der hat einen Hit. Ist nur einer drin. Ich habe ihn raus. Ich bin. War nur einer drin. Wahrscheinlich. Ja, war nur einer drin. Vielleicht ist der andere hier raus, hier vorne. Ich glaube, war nur einer. Ich bin ausgenockt. Habe ihn ausgenockt? Sehr schön. Mich müsste jemand holen. Ich bin auf dem Weg. Geben wir den Smoke? Nee, leider nicht. Aber ich renne hier mal ein bisschen rum. Dann schießen sie vielleicht auf mich an den Hebron. Geh da hoch. Ich flanke es in den Herzen. Lass uns das Auto nehmen. Wir kommen sonst nicht rein. Ich habe ein paar Mets noch, aber... Ich will sagen. Wir müssen. Ja, ja. Warte. Du hattest auch nichts mit. Wer hat... Ich habe meinen letzten Koffer gegeben jetzt. Hier, dann nimm... Geht hier noch einen? Schön. Wurde der wieder geholt dann, oder? Ja, let's go. Ja, schiebt der. Wurde wieder geholt da oben. Holt erst ihn ab. Holt erst Schieb ab. Nee, komm. Komm rein. Hoch da. Okay. Müsst noch einer am Stein sein. Markiert mal. Ja, aber ein anderer Stein, oder? Linke Seite bestimmt. Ich habe jetzt auch nur noch einen Koffer, Jungs. Wir missen eigentlich. Ja, ich habe gar keinen mehr. Ich habe drei noch. Aber einer ist gestorben jetzt. Ja, dann lass los. Da kommt ein Auto. Da steckt ein. Dann noch Zeit. Wollen wir? Wollt ihr, oder wollt ihr nicht? Ja, okay. Dann geht er auf die Brücke. Brücke kommt das kleine Auto. Ja, eben. Darum frage ich. Wollt ihr, oder wollt ihr nicht? Ja, ja. Mach einfach. Pass auf. Äh. Ich bin nicht gefahren. Der Auto ist nicht rüber. Aber der ist gar nicht rüber, Leute. Der hat sich verpist. Weiter, weiter, weiter. Der ist ja gut. Und ich muss dir nachher noch keinen Wechser geben, ne? Ich habe immer noch dieses verfickte Wechser. Ich wollte mal reinkommen. Ja, ja. Kommt hier direkt auch mal rein. Also ich hätte noch einen Koffer abzugeben. Ich habe jetzt noch einen, den muss ich mir dann nachher grenzen. Fuck. Nice. Nice. Riefloch? Ich glaube, der wird schon kleiner. Naja. Ja, ich bin zwar voll gewustet, aber mittendristig müsste ich mir ein Meth geben. Also wir schaffen es rein, aber trotzdem. Weiß nicht mehr. Wetten halt auch ein paar Knechte sein, so. Ja. Anhalten, oder? Ja, wir sind erst mal drinnen. Ja. Also, äh, schieben. Ja, ja. Okay. Okay. Finally hat das mal seinen Weg gefunden. Ich könnte noch einen Koffer abgeben, da habe ich selber noch einen, aber... Frantagen hätte ich noch. Ey, ich habe noch einen Extended Quick-Groaf, falls jemand mal Bock hat. Oh, das war close. Das ist hier oben. Trade Norden. 20. Okay. Ja, Richtung 25 hätte ich gesagt. Direkt um am Berg. Mhm. Ja, 20 von mir. Genau. Facket, ich nehme die M4 jetzt zum Sprayen. Oh, ich sehe einen. Er läuft nach rechts. Auf 30. Andere Schadenseite. Okay. Ich wollte mal rüber. Geh durch den Compound. Mit dir, Jan. Okay. Ich glaube, der Compound hat hinten auch noch M4, aber ich werde gleich rein. Ausgenockt. Schön. Ja, die sind kurz hinter dem Compound am Fighten. Hab einen. Fighten den Hügel hoch. Das erste Team ist direkt hinter dem Compound. Das zweite Team. Einer ist zurück bei den zwei Steinen. Ja, der will resen. Der will resen. Nee, der kann nicht resen. Schön. Okay, also ich habe meinen Steinen gekriegt. Ja, oben am Stein ist noch einer. Okay. Oh, hat einen Hit. Ich flackiere. Ja, ich auch. Weiter rechts, du links, oder? Ja, ich bin links. Okay. Hier haben die Doppelsteine. Da ist noch einer. Okay. Alle down? Jo. Nice. Dann legt noch eine weitere Schnellwechsel. Wenn ihr irgendwo noch eine Weste seht. Äh, angefragte Dreier hier. Ja. Boah, scheiße, ist die DP. Keine Mut. Hat irgendeiner Siebener von denen? Nee, ne? Doch. Kann dir außerdem noch ein bisschen was abgeben. Ja, da, da, zum Beispiel noch. Ordentlich, oder? Ja. Okay, ja gut, dann behalte ich die. Äh, hat nie irgendwie Medics außer Verbände? Ich habe sechs, äh... Ich habe zwei Koffer. Lass du. Ich habe auch zwei Koffer. Ich habe keinen Koffer. Danke. Kann sein, dass diese Map mehr Action bringt. Oh, ja. Oh, ja. Scheiße, wir müssen noch rüber, ne? Äh, wo ist die Siebener? Welcher von den Leichen ist der Siebener? Äh, oben am Stein. Ey. Close, geschloss. Imbushock, Deiner. 3,35. Noch. Wurde noch von rechts geschlossen. Guck mal, ob ich mich um den rechts kümmern kann. Ich weiß, der Grand hoch. Guck da auch, am Stein. Wo die Kanada hoch geht, das eine. Mhm. Echt. Das sind dunkle, große Steine. Oh, ja. Ich sehe einen. Da oben. Eingeheaded. Da ist einer irgendwo von mir aus 350. 50. Tony, boys. Achtung. Scheiße. Ich habe keinen Helm mehr. 43 von mir. 83 von mir. Außerhalb der Zone jetzt. Das ist halt, ja. Ja, ja, außerhalb der Zone. Tot. Ich habe keinen Helm mehr. Nein, ich habe meinen Kill gekriegt. Alle dead. Ja, läuft. Oh, nice. VSS. Ja. Nee, das war, ich glaube, wir haben die Schütze gehört. Ich glaube, es war eine schallgedämpfte 5 und 6er, ja. Ah. Aus dem Bootcamp kamen die Schütze, nämlich. Das kam von rechts. Ja. Ja, ja. Ja, nee, das ist, das ist eine DM, ja. Ja, ja. Ja. Wenn er noch irgendwo Gegner sieht, schießt man nicht auf den Kopf. Ich brauche den Helm. Alles klar. Ja, läuft, läuft. Offenes Feld. 25. Oh, ja, hinter uns ist der DM 24. Das war ich. What the fuck? Aber läuft durch die Steilküsse hoch. Ja, ich würde sagen, zwei schwimmen, zwei geben Deckung. Okay, wie ist das? Wir können sonst auch links, guckt mal hier links, die Brücke ist noch drin. Ich wäre jetzt schon im Wasser. Okay. Ja. Ja. Wie weit haben wir es eigentlich? Ach du Scheiße. Ja, lass einfach los. Der Typ muss ja auch los. Oh fuck, hier ist überall Steilküste, Digga. Ja, ich wollte jetzt auch. Wir können Richtung Norden, dann können wir oben. Richtung Norden? Wie weit wollt ihr denn schwimmen? Bis dahin schwimmen, Digga. Guck mal, die Zone kommt in 20. Wir sind RIP, wir sind RIP. Wir hätten nicht in zwei, wie gesagt, wir hätten nach links gehen sollen. Ja. Ich habe schon gesehen, Alter, aber... Ja. Ja, fuck. RIP, können wir aufgeben. Nee, nee, ich versuche das hier noch. Ich versuche das hier noch. Ja, die Zone tötet uns mit Wasser, Grün und mich. Das ist die vierte Jungs, die tötet übertrieben, wenn die ankommen. Ja, wir sind schneller als die Zone, nur wir müssen ja gerade einen anderen Weg laufen als die Zone. Ja, 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 aber... Ich weiß nicht, wie viele Koffer ihr noch habt, um das Gegend zu heilen. Nee, nee, wir sind schneller, ich bin gleich wieder drin. Ja, na dann, let's go. Einzige ist, keine Helm mehr. Boah, Alter, das sieht sehr überclosed, Alter. Über drin. Ja, wir schaffen. Ja, okay, ja, easy. Dann passt das. Oh, vor mir zwei Leute. Äh, 35. Laufen nach rechts. Ja, nicht schießen. Nee, nee, mach ich auch nicht. Aber ich laufe mit Absicht links, sie sind rechts im Berg hoch gepusht. Geht lang. Following you. Nice yes. Ah, da gibt es hier kein Matchmaking. Ja, zu lustig, weil dann werden unsere Gegner übel scheiße, weil meine TPP-Wertung ist grottenschlecht. Wie steht der da? Ey, Schatten. Mal heilen. Oh, wir sollten hier moving, links oben, ne? Falls links oben jemand auf den Bergen ist, haben wir so ein Problem. Hier, hier ist ganz gut, bei mir jetzt. Ja, ich glaube, mit Verbändemuch. Wollen wir nicht direkt weiter? Bist du denn auf dem Berg auf 1,45? Einmal verbinden. Okay, ja. Ich geh schon mal. Hier hoch. Häuser zu unserer linken wurden gelootet. Alter, nice. Der Spot. Ganz oben sind Löcher. Ja, eben. Ich wusste, es muss immer jemand oben, Alter. Lass sie auf gelb und die oben abfangen, wenn sie über diesen, äh, über den Dings, das ich jetzt gelb markiert habe. Das ist so ein Torbogen. Ich seh es, ich seh krass. Der Torbogen ist nicht mehr drin, ne? Also, entweder die springen hier runter, oder müssen halt über den Torbogen. Ja, genau. Eben, ich nehme mal an, die kommen hier rüber. Vorsicht, gehen. Kommt mal ganz hinten noch rum? Vielleicht gehen sie auch ganz hinten rum, aber glaube ich irgendwie nicht. Ne, jetzt bewegen. Wie? Ja, sie kommen, sie kommen über den Torbogen. Einer, 205. Halbe Höhe. Hat mich gespottet. Ah, ne, hat noch nicht gespottet. Der sucht einen Weg runter zu kommen. Warten, noch nicht schießen, noch nicht schießen. Ah, ja, ich seh es. Sie kommen safe, versuchen sie auf den Torbogen zu springen. Fallen davor runter, Alter. Baby, Baby, dann ficken wir sie. Ich weiß eben noch nicht, ich seh auch nur einen momentan. Das ist ein Moment, Warten. Ich glaub, der letzte Teil, ja, das glaub ich, der. Es geht nicht auf den Kopf schießen, lass mir helfen. Okay, das ist ein Einer, Helm. Der hat ein Einer Weste, der hat ein Einer Weste, der ist so ripped. Also, schießen oder nicht? Ja, komm. Nie im Leben. Neu. Hat Hits. Gut. Leul, ich hab doch von irgendeinem... Ich wurde beschossen. Von unten, von unten in den Häusern. Okay. Wir haben hier starke Pose, Jungs, richtig stark. Ja, lass mal am Berg gucken, ob jemand mit Hochbekommen kommt oder schon jemand chillt. Ihm. Ja, du bist schossen von links in den Häusern. 2 Leute, da ist noch einer. Einer ist noch, da ist noch einer. Okay. Sehr gut. Jo, dahinter. Was? Ah. Hier rüber. Was? Vielleicht rett's dir, ist er mailt gerade oder so. Macht er, hat er. Ja, hat er. Rechts noch. Da hinter dem Stern noch. Gott sei Dank. Wir missten die Zone. Offen. Sechs Gegner. Bei den Häusern waren die restlichen zwei. Wir schießen auf euch, klar vor euch. Noch einer, safe hinter dem Stern. Stopp. Das waren Insta. Das waren Insta. Ne, ne, der war knocked. War knocked. Einer links. Links. Ich hab den noch ins Gesicht geschossen. Scheiße. Wuh. Alter, was ne Runde. Absolut. Neiße Runde, ja. 13 Kills, ey. Moment mal, bei mir kriegen wir das Telefon. Ich muss mal kurz. Aber ich mach gleich, weidi. Bis gleich. Bis gleich. morgens. City r Durham. Bina U ska. Beatles. Vad. Bina U. Üantes. U. U. S. Ừ. Vielen Dank. Ich schiebe schon wieder da. Ich muss noch ready machen, Bunzo. Ja, aber Schiebe ist ja nicht da, oder? Ja, ich glaube, bis dahin ist er wieder da. Ich schiebe schon wieder da. Ich schiebe schon mal die Beschreibung zur Roten Zone. Nee. So, da bin ich wieder. Was ist los? Sie haben doch den neuen Loading Screen, oder? Da ist ja jetzt immer irgendein Item beschrieben. Oder irgendein Spielelement oder so. Ich erinnerte gerade die Beschreibung für die Rote Zone. Und dann kam halt, wenn du die Rote Zone ziehst, versteck dich in Gebäuden, oder nimm die Beine in die Hand und lauf, falls du ein guter Spieler bist. Loll. Einfach so ein Klammern hinten dran, Alter. Sicherlich. Habt ihr Bock auf Docks? Docks sind wir relativ nice vom Loot her, ist halt ein bisschen abseits. Ja, kann man machen. Ansonsten ist Bantai mit den ganzen Stegen auch nice. Wir gehen dahinter. Alles gut. Servus an Ras, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Servus auf jeden Fall. Ren and Stoopy kenne ich auch noch. War mega lustig, auch wenn es total eklig war. Rhyme ist da. Der HSV-Soccer. Ich hätte gewinnen können. Pommes, hey. Hey Justin, oh. Keine Bolt-Action-Sniper für die Head am Start. Nee, nicht tragisch. Was habt ihr eigentlich gerade so an Kills gemacht? Drei. Fünf, drei. Fünf, drei, vier sind zwölf. Ich hatte in 13. Jo. Also hatten wir 25 Kills. Leck mich am Arsch, ey. Viertel-Server zusammenschießen. Oh, sind ziemlich viele. Die Docks sind beliebt, aber macht eben Spaß hier. Geh auf die rechten drei Hallen. Nicht Düssel, komm nicht an. Das ist natürlich tragisch. Kommt ziemlich gut, aber dann. Durchs Oberlicht brechen. Es sind nur drei bei uns. Die gehen vorher runter. Und die gehen auch alle kurz. Oh, meine Gun. Die laufen in die rechte Halle, wo Pferde ist. Links außen. Digga, kannst du... What the fuck, Alter? Ich ziehe Blutspritze, das stimmt nicht. Ich habe keine Weste, gar nichts. Das war eine AK, Mann. Ja, ich habe hier. Ja, und der ist da. Oh, okay. Fick dich. Fick dich aber. Noch einer weiter vorne. Ruhig Blut, ruhig Blut, Junge. Ruhig brauner. Nee, Alter, das ist... Ach, 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 ach. So, nächsten. Meiner ist verblutet. Ich will jetzt auch mal meine Kills haben, Alter. Der war ins. Also... Es waren ja nur drei, ne? Verdammt. Die ist gesoffen, alles klar. Bitte? Nichts, nichts. Einer meiner Alps. Hat der eine drei getötet? Ja, sieht so aus. Hier oben gibt es noch eine Zweier-Beste auf dem Container. Oh. Zweier Helm habe ich auch noch. Ohne einer Zweier-Helm? Zweier-Helm? Habe ich Zweier-Helm gehört? Ja. Bye. Ist hier in der Halle, auf dem Container. Da wächst. Lecker. Oh, gönnt er sich die Dreier-Beste vor mir. Haha. Brauch Attachments, wenn ihr was seht. Würde mich für einen Kompensator bewerben, wegen AK. Ansonsten... Aber in Neustigkeit. Äh, ah, da. Wir werden bestimmt gleich gepusht, Vorsicht. Hier glaube ich nicht. Das ist in die komplett andere Richtung. Ich glaube es sei auch nicht. Denke ich auch nicht. Vorhin wurden wir auch gepusht hier. Ja, ja. Docks? Wurde Docks gepusht? Ja, doch, doch. Von dem dann im Vorgelände. Stimmt. Hat jetzt jeder eine Zweier-Weste? Ja. Ja, ja. Wo hat denn der Zweier-Helm, Alter? Ich seh ihn, ey. In dem... In den großen Dingern drin. Ah, in dem Container. Nee, nee, oben, mal auf dem Container. Was? Mal auf dem Container. Bin ich schon eine Halle zu weit, oder was? Hier sind nur noch einer Helme. Hat sich den schon jemand geblieben? Die Gelb-Markierte. Ach, die Gelb-Markierte, lol. Ja. Wir haben den bei Orangisch, Alter. Scheiße, du warst vorher Orangisch, Alter. Ah, das sind die Farben in diesem Spiel, ey. Wie, du hast zwei Leute genockt und nur einer ist gestorben? Nee, nee, den anderen hat, äh, das, äh, der Jan, das Pferd, genockt. Ich hab nochmal drauf geschossen. Der war schon genockt. Wir laufen mal, oder? Bis ein Stück. Jep. Gehst du deine Schiffe ablischen? Ja. Schiffe? Was? Die Boote am Strand. Boote am Strand, ja. Ach so, aber die gelootet haben. Ja, ja, klar. Bin da drüber nochmal. Ja, dann kommst du her, dann geh ich dir mal dein, oh, warte mal. Äh, dein Compi. Äh, ich glaub, du musst mir erst mal ein bisschen hinterherlaufen. So, ist jetzt schon los, okay. Jojo. Oh, shit! Siehst du? Ja. Oh, shit! Nevermind, wir können überhaupt nicht schiefen, Junge. Wir können überhaupt nicht schiefen. Und repeek. Einer weg oben. War das der im Tower? Nee, im Tower noch einer. Tower ist noch einer. Okay. Alter, was ist da los, Mann? Ja, sag ich ja mal, wird hier schnell gepusht. Alter, die haben ja no chill, die Boys. Ohne kommt, doch die pushen, Alter. Holy shit. No chill, die Boys. Ich arbeite an dem Typen im Tower. Der ist noch nicht raus, oder? Ich geh ran, geh links ran. Er kommt mir entgegen. Okay. Direkt hinter Bonzo. Vincent. War der Vincent? Ja, der war Vincent. Okay. Wer hat den anderen Kill gekriegt? Auch Schieb? Ich hab einen Kill ran gekriegt. Okay. Alles klar. Cool. Hier ist noch ganz viel Fünfer drin. Weisier. Oh, gut, der ist noch Müll. Ich hab nur einen Leichtgemicht hier gekriegt. Abgewinkelter liegt hier noch. Bei dem bräuchte ich für die OBZ. In die Zone kommt. Peace, give me 7, 6, 2. Out for run. Ja. Aber auf der Ebene nicht. Ja, guck mal den Kompi. Ich bin direkt hinter dir, der links. Ups. Hast du rüber gelaufen? Nee. Ich hab vier Koffer in einer Sandytasche, wenn jemand was braucht. Ja, bei mir sieht sie nicht aus. Verbannt. Ich hab einen Koffer. Ich kann nur noch einen Händen. Eine Spritze. Ich leg noch mal einen hier auf dem Weg. Da ist eine Spritze drin, also für mich ist es nicht so tragisch. Gesundheit. Ey, wir sind im Livestream ein bisschen benehmen, ja? Du weißt doch, Freitag, Student, der trinkt mal Bier. Ja, aber man rülpst mich nicht ins Ohr. Ey, scheiße, warum ist die so schnell? Was soll das? Ja, ist laufen. Was macht ihr eigentlich so, beruflich? Also, rein Interessen halber. Ist geheim. Ich bin immer noch Waschmaschinen-Drommeldreher zertifiziert. Über links und rechts drehen da. Secret Service. Au, ich bin ja gemutet. Geil. Das verrate ich dir nicht. Ne, ne, ne. Okay. Na dann, auch gut. Ne, tatsächlich verrate ich das nicht. Geht's ab. Da geht's Loot. Hier ist auch ein Cave, ne? Wir können doch noch mal reinspringen. Ins Loch. Da war ich actually noch nie. Teil sinnlos, da reinzuspringen, aber irgendwie witzig. Da rechts ist übel Beef, Alter. Das müssen zwei größere Swats sein. Wollen wir da mal vorbei? Ich hab da auch voll was raus. Habt ihr ein bisschen auf den Killfeed geachtet? Die haben sich hin und her genocht. Das heißt, von beiden Teams sind jetzt mindestens zwei Leute down. Den Auto am Berg. Okay. Oh, das war Cave. Aha, interessant. Wird noch ein paar Verbände nehmen wir an. Ich hab zehn. Ich geb dir welche. Ich will. Ich geb vier. Fünf bei mir. Also wollen wir da vorbei? Die müssen ja eigentlich gleich in die Zone. Ja. Wir sind hier so rechts am Zonenrand einfach ein bisschen entlang. Weil die müssen auch relativ weit. Gibt es Putzfrau? Nee. Sag doch, ich bin zertifizierter Trommeldreher für links- und rechts-drehende Waschmaschinen. Alles klar. Und ich bin Imker. Aber er sagt mir ja nichts. Nein, auch von dem her egal. Hey du, wir haben es ein Stück, ne? Ich sehe ja keine Sau. Ich bin oben am Hügel. Ja, komm. Wir machen weiter. Ja, fuck das. Wir haben keinen Bock. Fahr da nicht. Spiel mal Fortnite? Nee, sorry. Nicht mal im Game. Okay. Okay. Oh, die haben wir da. Alter. Die haben legit die Schmerzen gelegen, alter. Oh, Waffe leer. Einen habe ich. Was ist denn da? Das hier hinterm Baum, hinterm Baum. Werden Sie jetzt auf den linken lassen. Hab beide, hab beide, hab beide. Krass. Ja, aber TPP wird weniger gefinished. Das sind so in First Person. In First Person wäre ich jetzt tot gewesen. Die hätten mich instant gefinished, ne? Da wird instant gefinished. Jeder Kill. Ehrenmänner. Stimmt. Ehrenleute. Ehrenleute. Ja, aber es lohnt sich gerade hier noch mal einzigauen. Bö, wird Charlie SR nehmen. Ja, fände ich auch. So eine neue Weste. Ich habe einen Charlie SR. Ich habe einen Charlie SR. Äh, wenn du den auf einer DMR durch einen Charlie A ersetzt. Ey, komm her, komm her, komm her. Nehmen wir einfach. Ich nehme dir. Hinter dir. Ne, du bist nicht. Hier. Ja, okay. Hier sind noch Kompis und so alles. Ich brauche nur die Muni. Spende, Muni. Irgendeine 7er Muni. Alter, wieso spielt denn jeder mit 5? Ja, hier liegt ein Haufen. Ja, ganz unten. Ja, ein Haufen 26 Schuss, Digga. Hier, bei mir noch. Ach. Oh ja, lecker. Ja, was halten wir da noch los? Ja. Ich brauche ihn halt. Red Zone. Lecker. Da haben wir von denen noch eine Intakte Weste. Nein. Wollte er die Purple Zone jetzt mit Blau und Rot kombinieren. Alter, wir müssen direkt durch, Alter. Let's go. Oh Gott. Let's go. Ja, ich glaube, ich brauche noch eine. Autorun rein und schön aus dem Fenster rauchen. Äh, ist das ein Auto? Ja, ich glaube, wir fahren ein Auto. Nice. Die sind ja einfach gechillt haben, ey. Hm. Also die zwei Leute noch drauf, ne? Ja. Ja. Oh, hier ist eine Brücke. Das ist über die Brücke rüber. Oh, ich bin ausgenockt. Warte, wir müssen die näher zurückbrennen. Ja, ich fände die, oder? Ja. Ich muss halt nicht auf einem Raum stehen. Ich fände die nicht zu nah am Auto. Nee, nee, die ist schon wieder fertig. Die wurde genervt. Also, ich fahre nicht. Ja. Ja. Okay. Hallo, das ist mit drin. Jo. Das ist mit drin. Ja. aus 5 oder 7 ist auch eine heile zweierweste meine hat noch neun ja hol sie dir hier ja falls jemand anders war eine frage hätte auch okay wieder die zone fahrne weiter von mir aus aber dann so ne ja eben darum und wenn am rand ja das laufen alles rein ja deine tochter nicht so sehr damit ich mit dem wir heute in die luft fliegen okay bin dabei oh stopp war passt abgelenkt lass mich schnell raus ja lass mir raus hab doch schon wieder kein bock zu sterben auto ist so sinnlos eigentlich auf der map ähm ich könnte entweder ein charlie a oder charlie s abgeben braucht weiter es nicht unbedingt charlie s für die mini ja ja ähm reda läuft einer auf 2,80 ja hat ein paar hits gekriegt boah höre ich dann der schalldämpfte slr da läuft noch einer von links schieb ran der von links oben am bergauf da ist er hat zwei hits die einen am stein auf dem stein stand oben noch einer ne ja die laufen auch oben zum komplex oh ich werde beschossen ja ich sehe ihn zwei hits ausgenockt da ist noch einer am selben stein sind zwei leute der hat mega hits er heilt sich ne einer piekt ne einer piekt sie laufen nach rechts weg ja lass sie abfangen kein sinn oh jetzt der vom haus unten schießt mich hin ich glaube es ist da dran vorbei der läuft der läuft der läuft der am haus hier unten und so links links von dir ja der eine ist ausgenockt der gelaufen ist ja der hat schon im laufen von oben meine ganze booster die sind links einen habe ich da sind noch zwei andere die laufen haben wir noch einen da läuft noch einer dahinter an der smoke den habe ich sauber sehr schön der hat mir noch einen header gedrückt der hat schon im laufen gegeben der hält man nicht schlecht wir müssen da ran ich bräuchte einen neuen helm wenn das klar gehen hat einer von denen einen gescheiten helm noch der ja hat keinen wenn ja kann einer den kolmen der ja hat keinen ok hat irgendeiner noch metz ich habe auch gar keine metz mehr jetzt ja ich habe sieben koffer ok alles klar alle keine helme mehr na gut also mal gucken hier liegen zwei ok ok ah kein helm im einen habe ich den helm geballert darum hier ist ein halber ein halber ist hier auch drin ja den halben zweier helm habe ich mir gegönnt oh der helm 24 let's go keine zeit mehr dafür alter ich nehme sie mit ich spüre den qbz only ich spüre den qbz only ja die qbz macht zu Bock ne bei tempel ist es einer äh drop kommt direkt über uns direkt hinter uns ist der airdrop oh bist du was ja ich schieß gerade einer im tempel du weißt nicht ob der kompale vor hier ist ne das ist so ein bisschen das ding ja knappe nur die 20 ist jetzt nicht so viel noch 5 7 oder was ganz sieht krio aus ich boite mal neue zweierweste ja hier wurde gelootet aber kann trotzdem mal gucken ich komme von hinten noch welche rein dann ich habe eine zweierweste gefunden oh lecker ja wir müssen die häuser jetzt verteidigen ja oh drop close wollen wir gehen? 50 meter vor mir 100 vielleicht da oh ne das ist auf der brücke ne das wird nix ne ne der ist auf der brücke never mind ah close out my bad ich bin ein bisschen verwundert da sind leute da sind leute mindestens drei war ja nicht zu gewinnen noch ein paar hits aber er hat sich wieder verzogen er hat sich wieder verzogen einer knocked oh nice was keine headys nur body shots was ist mit mir los ich habe einen schoß abgekriegt alter alter was ist das man safe ja ich bin hinterm stein gewesen alter fuck dies ja ich sehe ihn auf der brücke ja ich sehe ihn auf der brücke was er hat nix gegenüber schießen sie auch sind zwei auf der brücke minimum ne drei wahrscheinlich noch oder der hat da gerade noch geschossen im airjob irgendwo hat noch einer geschossen mit dem 24 die gesilenced einer außerhalb der zone wir sollten auch gucken da wo wir hergekommen sind aber die meisten sind eher links rausgenommen einer auf der brücke müssen praktisch alle noch rechts sein die ganze area rechts von uns ist sowas von clear das ist so krass ich glaube die sind runtergejumpt von der brücke passt auch ne einen hab ich noch gekillt rechts von mir stein rechts von mir stein oben werden wir noch auf der brücke einer naja eine stelle in diesem ding stelle was auch immer das sein soll ja headshot ja da sind mindestens zwei leute ja ich weiß die müssen ja jetzt erstmal resten was wie sieht es bei euch aus einen genockt auf der brücke nice da wo die smoke ist da wo die smoke ist beim temple ist einer genockt geworden der wird jetzt gerest von seinem kumpel wir haben hier übel zonen auf die laufen die laufen ja ja ich sehs hat nate hat nate fucking hell von wem ok close vorne ich hab ne smoke ich hab ne smoke ich hab ne smoke ja komm zurück komm zurück muss ich jetzt aber sonst oh nate irgendwo close von uns ne das ist ne smoke ah ok lock haben uns aber nicht einer ist von 155 ein bisschen wir häusern ein bisschen wir müssen wir müssen kommen zurück kommen wir grad ich hab noch ne granate bei mir cc von zwei seiten andere ist in der mauer das ist der obz ist im karsch ah zwei leute alter die letzten zwei an der mauer ja immer noch an der mauer war ja immer noch an der mauer schön einer ist ausgenockt ja irgendwie dauerts ein bisschen kannst du auch ein bisschen rumspringen und machen macht aber bock ey sunhawk auf jeden fall was eine action ey unglaublich kompliziert ist unschlagbar ja ein server laufen auch ganz gut ne so bis auf ein paar ruckler wenn du jetzt mal wirklich paradise oder so runter gehst läuft es auch eigentlich ganz gut bisher ich hab jetzt nicht das gefühl dass ich kilometer hinter der wand rum geschossen werde oder so besser als auf dem test aber noch nicht perfekt ich behaupte ja ja ist schon perfekt aber eben es kommt die ne ich glaub ich bestell mir auch ne pizza du hast mich jetzt hungrig auf ne pizza gemacht jan ich hab aber auch bock ob wir einen gruppenrabatt kriegen ich krieg heute abend erst ach bei dir ist erst heute abend fütterung ok danke für die kriege und schön was haltet ihr davon wir machen noch eine runde hier und dann gehen wir mal auf den normalen server also auf die anderen karten bin dabei so ein stündchen mach ich noch danach ist erstmal päuschen das klingt gut ein stündchen dann hab ich ne viertelstunde pizza dann ist die da perfekt da was krill dann geht das bei dir bis du ne pizza hast digga ne viertelstunde mindestens dreifelstunde digga ja warum sauber du bist ja jetzt auf dem dorf waren wir schneller wiss ich ohne pizze ich wohne hier auch so nicht auf dem dorf aber so agglomeration von der nexwöfer stadt zürich und alter 10 minuten da ist die pizza da ja hallo jo ist so fertig pizza haben die nur oben geschaffen oder was nein nein aber pizzeria ist duftlinie von mir fünf minuten allein schon das backen bruch und davon abgesehen würde ich mir auch nie eine pizza bestellen ja ich bestell die und dann laufe ich einmal aus meinem haus und bin jetzt zwei minuten da hab die pizza und lauf wieder zurück ja die prämisse direkt vors haus ne ne ich teile doch nicht den lieferdienst wenn die da praktisch über die strafe ist digga ja ja das gui bo klar gibt's da drops lass nochmal hör du das paradiso doch gibt's ich hab ja schon ein paar drops gelootet das gibt's auf jeden fall das ist ja der letzten runde da wo ich große gespielt hab und ich verließe an die große das sah aber auch übel aus fragt ja eigentlich gar nicht so sehr weil die viel zu viel rumhampelt eigentlich ja auf close range ist die richtig nice aber sobald du gerade mit der letzte kill da gehst kannst du fast nicht kontrollen beide geil ich spiel die orc mittlerweile gerne im singelfeuer aber nicht im auto aber was m249 all the way die hatte ich vorhin komischerweise mit der hab ich nix getroffen einer zwei sind bei uns ne einer alleine bei uns oder ja ich seh sonst keinen der kann sich bei mir im gebäude oh gönnt er sich die m24 und da gönnt sich die qbz hehehe du trade off digger kannst nur einschauen hier ist einer hinter 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 hier draußen hier außen außen außenwand komm 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 hier außenwand los komm schnell 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 der hat nichts der läuft draußen der läuft außen der läuft außenwand hinten ich höre wo ist der hin alter richtung northauzeit wahrscheinlich oder ja ja northauzeit liest grad ne waffe und ne wessel auf und ist down sehr schön hier wird gepuncht hast du irgendwas zum heilen mit? danke ja und zwei heilen bei mir da darf ich mal bitte die waffe aufnehmen dp na diesmal nicht diesmal gibt's qbz ok 95 ist echt nice man ihr seid durch die scheibe? ne ich bin durch die scheibe ich blieb es doch eben achso sorry ich tu es nie wieder das glaube ich nicht wir sollten actually nicht so getrennt rumlaufen ja kein visier könnte ich noch gebrauchen äh so same hier ich gehe mal west outside das war ich einer muss hier auf jeden fall noch sein mach was du willst? braucht ihr noch ne armaga ziehen? ja ja hier ist ein zweier und ein holo hast du Bock auf die? schieb aufs holo ich leg da auch noch ne armaga aufs holo ja ok ok schön wo ist der typ hin? welcher typ? hier sind zwei also einer ist hinten bei mir gelandet und einer ist hier vorne gelandet achso ich muss irgendwo noch einer rumspielen deswegen sag ich's ja oh entschuldige nicht ganz mitbekommen scheibe schammelt doch sicher in irgendeiner Ecke mit einer Schott ja und hier in den heißen irgendwo also alleine ist hat man das Zeug ja echt schnell gelooten oh n roten Punkt absolut zwei Helm zwei Helm zwei Weste noch bei mir ich bräuchte Fünfer ich kann dir Fünfer gehen ich hab 400 Schuss also no worries kann ich nicht droppen hätte ich ne zweier Weste? nö 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 ich brauche noch alle Attachments für die QB ich baue noch nen Geradengriff und alles andere für die M4 oh M24 bei mir da wo sie als erstes hat sie ich bräuchte gerne ich bräuchte die alle mit dem Geradengriff ja normalerweise nicht ich nehm ihn mit ne Halfgrip nur wenn ich nen Schalli drauf hab dann nehm ich ok ok fair den weil sonst haben wir die in der Regel zu viel rum fair ich hab nen Ruhepunkt ein weiteres Magazin noch abzugeben ahja also Maggie würde ich nehmen Magazin hab ich auch noch über das wollte doch noch jemand ja ich glaub wir haben soweit alles wie gesagt ich würd schnell hier weggehen ja ja lass uns verpissen auf jeden Fall ja dann alter noch 78 halt das sind fast am Anfang so early gestanden 3er 3er liegend aber du brauchst 7 bitte was? ein 3er wenn du es für deine M24 noch brauchst ne ich hab nen 4er danke ok alles fein kann ich mal kurz nen Spray Test machen? mach mal ich würde ganz gerne mal nen Third First auf den Baum da ballern ich hab kein Gefühl mehr wie genau das wenn du wieder Third First oh ok 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 rechte Maustaste gedrückt halten dabei ja eben genau das mein ich geht ja so in die Schulter das funktioniert echt ganz gut das hab ich klar tausend stunden nicht mehr gespielt so weißt du darum muss man ganz kurz neue Entwöhnung kriegen wie das ist mit in dem Mode zu sprayen ach so ja ich komm dieses rote Ding haben sie aber weggemacht he da war doch früher so ein rotes Ding das dir angezeigt hat dass du ein Obstacle schießt oder so ja 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 ich weiß was du meinst ich glaube das gibt's noch ja ja gibt's noch braucht jetzt jemand noch ne Airbag? also hier unten wurde gelootet ok scheinbar nicht und tschüss ne aber Airmagazin nicht brauche ich noch nen Kompensator für die SR wollen wir eigentlich zwischen den Schüssen pushen? da auf 400, 500 Meter sind die Besten an Schüsse ja dann warten wir jetzt auf die Salat hat nicht gerade viele Vitamine jetzt echt oder aus welchem Kontext kommt da ich hab das nicht alles mitgelesen bei dir gibt's nur Salat Jan? das freu dich doch vielleicht doch mal Richtung Insel move'n Jungs wegen äh total auf Salat ich hab heut schon wieder Bock mehr Salat zu machen das heißt wir sollten zu der kleinen Insel move'n weil da haben wir zwei Dinger wo man rüber laufen kann das kannst du abwarten ja ja aber da können wir nicht so ganz lange sein hier oben auf dem Berg ja wird er planen ja ja die Schüsse sind im Bootcamp linke Seite vom Bootcamp das heißt linke südliche Seite ja kommt genau rüber das ist hier rechts rüber laufen ja ja genau den vorrangiger Ping jetzt wird's nachher wieder Aids Alter ist noch 63 Digger holy shit sind noch nicht so viel Stamm ne? das ist übertrieben viel alter ordentlich zu ballern Leute wie das kann gestern auch anders bin total er hier bei bei gerade bei der wärme hier so mega nicht absoluter nicht absoluter Salatfetisch ist geworden ist geworden danke für die Schüsse ich glaub mal hier so Frank Kasse Janvi und Dissi danke danke wir hüpfen ist nicht schneller nicht wirklich das ist ne fairly decent die wir haben wenn für das ist ne durch da rennen das ist ok erstmal noch gepflegt looten ne ja jo jo immer ich hab nicht viel High Stuff man muss immer green was hast du denn? ich hab 3 Schmerzmüll also 3 Buffer warte 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 bleib mal kurz stehen hast du noch Koffer? danke äh 2 du? 0 ja warte komm ich geb dir einen danke Maggie müsste springen schneller sein nö ich bin schon hinter dir ja ich merk's darf vorerst sein vielleicht schneller? ne auch nicht wieso bist du schneller sehe ich? ich bin auch jung blick an der schwarze ist es deine Traumfrau auf dem Cover? ach die da meinst die da? ach keine ahnung stehe nicht so auf virtuelle Frauen hat euch jemand zufällig das neueste Wacky Video gesehen? ne ich weiss gar nicht wovon du redest ah ok hast du schon gesehen äh Lennor? der ist auf K oh war das Headset weg hätt ich das eigentlich? ja das mal so sorry doch aber Bonzo brauchst du nicht noch 5 ne ne ich hab 260 reicht ok ah erwischt erwischt ich bräuchte ne Aufsätze für meine Ämpchen 20 ja das ist eigentlich kein Must Have hm ich bräuchte ne Aufsätze für meine QB die ist noch fucking Vanilla ja aber übrigens sein Notarzt ja Blumenkohl war Cancel äh Cancel Cancel oh ganz hier ist noch ne 2er Weste nö 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 Fiss me with that ich könnte noch nen 2er Rucksack brauchen liegt hier auch liegt hier auch ein arbeitetes AR liegt hier noch hier liegt auch ein arbeitetes AR kenn ich mir auch ups der Scheider AR braucht keiner ne der Scheider AR? doch doch ja liegt da drin äh hier drin oder rechts drin? ja ne ne da drin Alter wieso haben wir da auch keine Gegner gesehen? ja tragisch ne sind ja 30 Leute gestorben ohne dass wir einen gesehen haben das wird heulich man wieso werden noch einen getötet? stimmt stimmt das ist ja gelobt Lügenpresse Lügenpresse danke Merkel ähm wollen wir jetzt ja nicht schissen oder? ja ja ok lass mal gucken da ist ja jetzt noch mehr los wie es aussieht mhm schönen Kreisrand hinter uns auch Schüsse aber distanziert die sind glaube ich auch noch auf der anderen Seite mhm lass uns noch weiter auf den Berg gehen Alter liegt ein Airdrop deswegen das Toilet Süden liegt ein Airdrop ok ahja hinterm Stein ja passt doch von der Richtung her wollen wir orange gehen? oben auf dem Berg? oder wollen wir am Kreisrand bleiben? ah aber warte mal eigentlich richtig die müssen doch hier hoch kommen ja ja die müssen hier hoch kommen irgendwann hier oben ist gelootet hier ist offen naja hier werden überall schon Teams sein das ist der Punkt wir können jetzt entweder risky sein und auf oben scheißen und auf die unten warten und riskieren dass wir von hinten gepickt werden oder wir gehen erstmal hoch und warten oben ey fick nur aktiv bitte das kann man machen 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 dann riskieren wir halt dass wir von oben gepusht werden aber das ist natürlich von im Kreis sozusagen wir stehen da hier ganz gut oder nicht? wir sind da relativ weit hoch ich find auch wir stehen gut achso und du bist da unten sorry nein nein ich komm schon hoch ich weiß nicht wie weit am oh hier liegt ein airdrop Leute direkt hier bei mir aufm Berg hier sind auch welche hier sind welche hier sind welche direkt 300 bei mir am Berg oben bei dem Aussichtsposten oder was? ne oben am Felsrand hier oben passt auf direkt 300 am Berg war einer geht den airdrop gar nicht der airdrop geht auf 265 hier unten von mir 260 der 280 ich seh den Typ nicht ne der ist da an der Mauer ich weiß nicht wo er dahin ist ich geh mal ran da liegt der airdrop der hat den safe schon geholt naja der ist geholt wenn der Typ hier rumspuckt ja da liegt noch was hier liegt nur in zwei Rucksack wenn jemand will groß ist da auch noch drin lass mal den Typen suchen sowieso ich weiß nicht wo er hin ist hab ich fett erschossen kann nicht lohnen dort wo wir herkommen aber die haben uns vielleicht gesehen und geflankt oder so kein Plan woher der schießt aus den Häusern 130 hat nicht ist knocked einer ausgenockt wird trotzdem noch beschossen war die das? nein ja ich war das er hat nen Hit außen tot beide sauber uh das war richtig close zum Glück hab ich ne große hoho kann man mal machen kann man mal machen ei 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 ich kann ja nicht begleiten 7 ja irgendwo hier hier irgendwo hab ich eingenockt hier linker hatte der Metz der größeres Visieren ne ein paar Metz wären dope ja ein paar Atter ich hab auch noch 8 First Aids also ich genau weiß krass ich hab eins ja hab grad übel dick gelootet hier liegen zwei drin naja wir sollten mal Granate Granate kommt hier ey ich krieg ihn nicht direkt vor mir anbauen tot ja schön schönes Ding ich hab mir die ganze Beste zerfassen einfach rennen Jungs renn renn ohne Witz ja ich brauch die Beste jetzt wird das Clusterfuck Time aktiviert worden überall Schüsse um uns rum nicht geil vor allem über uns besonders ungeil wollen wir High Ground halten oder wollen wir uns nach unten ins Camp Alpha verschicken oder nach vorne hier High Ground und dann runden ich glaub wir sollten runter gehen das wird nachher irgendwo unten sein ich denke eben auch dass die von oben uns nachher schön die Bergplante hier rechts seht ihr das das ist alles offen hier auf Norden direkt naja ok ich bring das mal an ja ich wurde aus dem Camp beschossen ich hab ihn auch schon ich hab ihn auch gesehen aber hier orange wenn man da die runter rennen muss nachher das ist so gut aber nicht auf euch oder? ja ist doch auf 305 der Schieb schießt ihn grad nicht das Meer Hügel noch? Hügel auf Nordwest nein von Cape Alpha hinter uns aufpassen ja Leute das ist übelreudig mach hinten zu ja ich guck jetzt erstmal ob ich hier was sehe da kommt einer hinter uns er hat mich gesehen ne das war übrigens der 3er Helm das war das sehr schön wenn ich mir da mal eben er hat noch nen Compt soll ich den mitnehmen? da liegt auch noch eins hier drin zwei sogar 290 im Gebäude Fenster du bist schon wieder nach vorne Jungs so ne zentriert sich schon wieder reudig hat zwei jetzt mit der Mini soll ich den Compt mitnehmen? ah ja braucht keiner ne oben am Berg ja rennen runter boah ich bin ausgenommen mit der Mini er hat auch nen Headshot ich schieb genau äh 300 im Gebäude ich hab einen oben auf den Berg ausgenommen kriegst du ihn? ah ich werde das hin ich schau nach oben fährt einer ist runter einer ist runter einer ist runter geschafft ist jetzt in den Compound rein kannst du mich retten? ja hab ich gesehen er hat ordentlich Hits müssen auch in die Zone jetzt er hat nen Header kassiert und noch nen Bodyhits oben ist auch noch einer ja ja er schießt dann wieder auf mich er hat neben 24 Hits ja ausgenockt der dritte am Steingebäude am Steingebäude außerhalb vom Camp ist einer ja zwei oben am Berg noch ja 360 hat ordentlich gehittet wir sehen ist tot boah danke man jetzt links von uns links von uns die Camp Alpha zu trennen ja den Berg hoch mehrere Hits aber alles Bein Hits einer hab ich ausgenockt der in Clan für Hünderschuss noch einer da rechts gerannt waren zwei Dutsi die ich gesehen habe es waren drei es waren drei es waren drei vorsicht geht klar ich pushe grad den Compound also das Haus immer noch über uns irgendwo oben 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 am Baum aus der Abdeckzone ich müsste gleich Engel haben ist gestorben ist gestorben ja einer bei dir fährt ja hat ein M24 Hit hab ihn ja down oben am Berg noch einer ja oben am Berg hinterm Stein noch einer hinterm Stein noch einer der mettet sich da der scoped hier das Fenster aber den ficke ich jetzt woher weißt du es weißt du es woher ne keine Ahnung irgendwo am Berg oben von oben von mir aus gesehen ich seh den einfach nicht ich auch nicht ich seh den einfach nicht ich auch nicht ah doch sehen das ist außerhalb der Zone jetzt kannst du schon der rennt der rennt der rennt ich seh den ich seh den hinter dem Stein hinter dem Stein habt ihr gesehen? ja er ist runter gesprungen ja ich seh es es ist sind zwei Leute dahinter ja hab ihn sauber ich hab auch noch nen Fett mit verpasst deck mich mal deck mich mal Digga nooo siehst du auf 3-5 ja jetzt sind sie da ja hab ihn ausgenockt ich muss mich heilen unbedingt ich auch Digga ich dachte du hast den Stein im Blick sonst hätte ich doch nicht gepusht das ist nur noch der eine ja noch die zwei Dudes bei Lettix ja einer ist ja ausgenockt der eine ist ausgenockt der ist jetzt down es fehlt noch einer so ich geh ins Gebäude er ist drin er muss drin sein ja er ist drin hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ja ich auch 5 5 2 endlich was war denn das ich dachte du hast den Stein im Blick alter ne ne ich hab ihn noch hinten auf den Berg geguckt so da war keiner mehr da waren beide hinterm Stein die letzten hab ich doch gecallt ne der eine am Berg ist grad noch hinten runter gelaufen Tricken Nummer 5 glaube ich glaube ich läuft auf jeden Fall das gleiche nochmal achso ja 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 sorry komme ist egal komm wir spielen noch durch in einer halben Stunde ist eh Pause ok jetzt macht er eh keinen Sinn mehr außerdem sind wir auch im Flieg auf jeden Fall danke für die Glückwünsche hey Jürgen grüß dich da ist er ja wieder unser Bärenfreund kurzes Hallo von der Arbeit danach gehen die Bärencams an oder was alles gut bei dir ich finde PUBG jeden besser als Fortnite ich aber ich hab Fortnite noch nie gespielt muss ich zugeben das gefällt mir die ganze Aufmachung schonmal nicht aber hey Tom Christian hab ich glaube ich noch nicht Hallo gesagt hab ich nicht hab ich verpennt sorry herzlich willkommen das stimmt Kassel das stimmt Zeitgeschmackssache deswegen ich bin auch kein Hater also die die Bock haben auf Fortnite die sollen das gerne spielen wenn die Spaß dran haben alles klar aber spielen selber möchte ich es nicht so alle wieder da alle wieder da Jan ich bin da ich bin da wohin wollen wir du heißt doch nicht Jan oder ne ich hab Lennart verstanden ahja er markiert schon er markiert schon wild jo ruins er will dahinter äh ich will außen und dann ruins pushen ok alles klar ja lass mal aus also ich bin wohl so besser hey GeForce ja das ist auch ne tolle Simulation ja das ist auch ne tolle Simulation fast runter zu gehen ne neb ich mit ähm ne ich sehe einen auf Nordwesten ganz allein hier kommt keiner Rebo 6 ne zur Zeit spiele ich halt nur Renn Simulation spiele ich fahre ich Renn Simulation und äh PUBG bin ich so der Typ der vieles durcheinander spielt mehr als PUBG brauchen wir auch nicht ja macht doch so viel Spaß mir macht's Freude jetzt würde ich nicht so viel spielen noch nen Rucksack fehlt hier irgendwo einer ja ich hab mal eins da hier auf dem Steg draußen markiert ich hab einen hier liegt ja gar keine QBZ rum muss ich jetzt echter K spielen muss ich jetzt echter K spielen ich würde gerne abgeben ne 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 dann hält das zu da oben aber jetzt hab ich nen Comfy dafür noch ein Nahkampfvisier wär sweet der Western Helm alles wär sweet ich hab zwei vierfach abzugeben ja wo werde ich nehmen eins oh QBZ da geht's wieder los let's go auch alles Level 2 wenn ihr irgendwas seht ja auch oh QBZ kannst du die abholen bei mir ich hab eine gefunden gerade eben 16 QBZ so sind wir durch oder wie sieht's aus ich weiß es nicht ich bin ein bisschen weiter weg von euch oh du bist ja schon in Ruin mhm und hier liegen sehr gute Sachen rum ja warte mal auf uns hier ich bin ganz hierher geflogen von alleine schon aber ich hab schon alles vergrilliert nur noch mehr erstes lol warte mal ach nee du bist ja gar nicht in Ruin du bist da lol ja da war das und der ist gemutet wahrscheinlich ja er wird wieder telefonieren schätze ich mal ach nee mein Mic war einfach nicht ganz eingesteckt fuck my life alter darum reagiert der nicht wenn ich was sage holy shit ich bin schon gewundert hier sind Leute Dinger was da los kommt mal hier so geil egal also der eine ist ja den einen hab ich da hinten genockt und getötet seine Mates wissen jetzt halt dass wir da sind keine Ahnung was der war nicht instant wir gehen mal nach links gucken vielleicht haben sie bock auf mich zu ballern Tom zeigt euch Frozis na 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 Tom baiten na ja aber ja hier wurde gelootet also einer hat hier irgendwie so die Kreisroute gemacht rundherum bisschen mit der Wartware aufpassen bitte was wort mal oh links wieso ich glaub das war unten ich glaub das war unten einer hinter Baum hier 100 Grad raus hast ne Scheiße der FGS ja ist knockt sehr schön haben ihn gefinished ok einer hinten hinten aus 130 den Hügel hoch hier kommt ein Auto hinter uns ne über die Brücke haben die angehalten einer ja ok wird der dazugehören wird der sein der am Nordesten abgesprungen ist oh er hat von links gepiekt hab ihn ausgenockt ok dann dürfte der letzte noch auf 130 oben am Hügel sein der ist zu dem Compound hochgerannt wenn er zu dem Team gehört moin HG moin moin hast du schon gelötet ihr im Baum hier an ja er hat ja irgendein Nahkampfvisier oder irgendwas drin ich hab ein 4er Licht hier ja Nahkampfvisier gibt es kein brauchst du noch Muni wenn du noch Muni brauchst hab ich ordentlich Muni für dich ne aber nur 5er ne brauch ich nicht oh 2er Rucksack vielleicht hat er auch nicht 2er Weste 2er Rucksack Nahkampfvisier das wären so Sachen 2er Rucksack lag ne lag er nicht hab ich mehr weiß gar nicht wo 2er Rucksack lag sorry wollen wir uns schnell den Shippen gönnen hier der ist in den Compound auf Gelb hier gerannt ja ja die hinten habt ihr oder jo genau hört auf Caro aber du schießt echt gut Schieb muss ich sagen man ich schieß echt gut oder was naja du schießt gut ohne Witz ok danke aber ich glaub ihr seid auch nicht so schlecht wir könnten das glaub ich nicht so reißen hier oh der fährt weg der Hund boah der hat sich verpisst unglaublich könnte auch jemand anders sein also hier sind noch zu der ist gar nicht hier looten gegangen er hat sich aber verpisst aber vielleicht wartet da noch Brücke auf uns das ist nicht unser Ticket ne der fährt da noch rum ja könnte sein ja Brücke cool nur nichts zu erkennen geben dass wir es wissen wir hier zusammen Feuer öffnen oh ja er campt da auf der rechten Seite ja positiv ne er läuft jetzt auf die linke Seite rüber ok ja erster Kontext ja ich hab ihn gesehen ok die sehen hier sind zwei sind zwei ok copy hier ist eine absolut offene Fläche lauft rechts rum ja dem name 24 fuck off er hat einen Headshot er hat drei er hat einen Headshot und zwei Körper jetzt los sind zwei da ne Vorsicht ich geh für den Flank unten durch ja ich geh für den Flank unten durch ja passt ich bin erstmal safe oh da sind zwei auf der Brücke einer liegt in den Kartons hab ich doch hab ich doch schon ein paar Mal gesagt ja ja der andere ist fast tot hab einen genockt bin nur zu Bonzo auf dem Weg den vorderen hab ich genockt der hintere lebt noch hab ich ne Nate? ne natürlich nicht wo zu Bonzo? ja bin dran ich hab Nades brauch aber nur ein Stück wo ist denn der andere Typ? direkt an den blauen Bums du es hier gut sauber klar einfach dass er da peaken wird hat er sich erwartet oh der hat eine M24 hier wer bockt soll sich ich brauch ein Nachkampfvisier ich hab mal vierfach abzugeben ich auch brauch auch ein Nachkampfvisier wenn ihr da was habt brauchst du noch ein bisschen der Fünfer ich hab mir alle siebener gegönnt ey siebener brauch ich ja ja ich hab mir alle siebener wie viel hast du noch nachladen? äh 77 jetzt 140 darum cheap hier ist ein Rohpunkt drin äh warte ich dropp hier mal auf der Seite mal äh 40 dann haben wir beide noch 100 ok na dann dann will ich dann vierfach ah das ist echt räudig man die AK wurde indirekt genervt durch die QBZ weil alle jetzt QBZ spielen und keiner mehr siebener Muni dabei hat richtig räudig hm hm ich brauch nur einen Helm mein ist halb Frag rot Punkt ist wohl weg wie es aussieht äh sorry hab ich mir gesnitcht hat er auch nur ein 2 auf der AK das Sack zu hart der hat die M24 ich hab noch nen Cheekpad äh jo würd ich nehmen würd ich auch mich anmelden SKS ah nee ich hab nen Cheekpad ja dann krieg ich ok im Shitshack war grad eins drin äh so wo soll es jetzt hingehen Jungs dort wo es nen Rotpunkt gibt hier liegt doch eins drin echt? da liegt doch eins drin ja danke ich hab noch vorbeigedacht da sagt keiner was an ja da lag ein Rotpunkt ich hab getappt da lag nur ein Wackenpolster egal er lag rechts in der Ecke wow so irgendwie sehen die Airjobs auch anders aus keine Ahnung so irgendwie so ein bisschen benebelt so wie als wär da so Wolken fliegt er wirklich so durch Wolken durch keine Ahnung ja jetzt so wenn er wegfliegt ne der Himmel oder so keine Ahnung ja ja wenn er jetzt so wegfliegt der ist so nur noch halb zu sehen soll jemand nen Sechser? ja ja ich würd das nehmen ja anspruch erhoben ach für ne Mini? hm ja gut ne stimmt auf der Mini ist das 4er richtig reulich ne der Nimm echt? findet ihr? ja das Aesop zum Snipe ist doch komplett Garbage alter auf den 5er Waffen ist komplett ok aber auf ner DMR bitte das DMR Scope das du auch bei den 7er Waffen hast also einfach fadenkreuzmäßig abgewinkelte oder kommt wie SR da braucht es jemand? nope ok ok das DMR ist ok 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 das da drin ist wahrscheinlich absolut krebs ja ich weiß nicht jedes mal wenn ich mich query auch nur annähernd nähere im solo bin ich tot ich weiß nicht wie jedes mal gammelt irgendwo irgendeiner hinter irgendeiner ecke und dann bist du auch tot bootcamp kommen noch leute raus die leute jetzt ja lustig und die abcampen man sieht hier oben einfach nichts können so close rankommen und man hört es nicht man sieht es nicht die hand geht weiter füße in die hand der liegt da erstmal ein bisschen pass mal ein bisschen auf auf ihn ist er aufgabe was ja ja irgendwie ist er wieder alles gut ist ein sturm und so wieder so wenig gegner gesehen die runde ja unnormal ich denke alle besten gerne auf besuch bekommen ich guck mal mit ich schmeiße im compound darunter ich suche noch ein 2 erhellen ich meine das ist fast kaputt ich komme mit nicht decken also hier cover gehen liegt noch 762 eine warte eine neue 2 wisst ihr ich brauche schon noch ein 2 erhellen ja aber ich such gerade auch einen die schossier kommen immer näher besten das ist echt so hier ist irgendwie na ne der ist gespawnt man ich will auf was schießen alter ohne witz wo sind denn hier die leute ja da kommt man ran hier besten das wird gleich einzelhelme hier naja westen das wird gleich lustig hier fach boah leck lecks lecks wir haben ja eigentlich ne schöne ridge ist eigentlich gar nicht mal so bad die linien sind halt trotzdem verdammt kurz rechts links bis hier bis hier schön ankommen sie werden wollen wenn sie die headshot ihres leben auch dass sie weiter links rein weil die weg den direkten weg rein rein und nicht hoch ja einer rennt hier rein direkt vor mir auf 265 am kreisrand direkt vor dir schieb über die ridge noch über die ridge noch über die ridge kannst noch ein bisschen vor kannst noch ein bisschen vor links links noch einer ok irgendwo muss noch einer sein vielleicht den am stein jo hab ich was du hast den kill gekriegt alter ja hier ist einiges drin aber die calls waren jetzt auch nicht ja die calls waren super ich hab so nicht gerafft aber ich brauch noch ne 2er weste ist da noch was übrig bei denen ja da ist ja noch 2er hin ich bin eigentlich fein ich hab mir ein bisschen 7er muni gegönnt ich pisse mich mal richtung yo bonzo hast du bock zum nächsten drop kommen der ist irgendwie 200 meter luftlinie von uns 105 nein 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 es ist schade nein 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 der liegt nämlich auch im query oh rechts hat das elmen 24 ja nicht ganz kreisrand von mir aus ungefähr 200 würde ich schätzen soundmäßig jetzt aber trotzdem erstmal den drop checken ich will nämlich ein 3er helm naja der ist nicht schlecht deswegen geht es auch grad so vorwärts ne es ist halt der drop ist direkt hinter dieser ridge hier der koordiniert hier ungefähr hier ja da sind leute glaube ich unter mir da sind wir der drop ist direkt im query unlootbar ist hier gell meinte ich hätte steps unter mir an den stein gehört aber können auch so double steps gewinnen die booster wenn jemand noch will ich möchte auch ungern jetzt runter gehen ja ich auch nicht 5 2 habe ich vielleicht 5 7 fast wir müssen doch irgendwas wegen der m24 tun die da auf bonzo geschossen hat ne auf mich hat keiner geschossen mich auf mich oh sorry ja whatever richtig frech ja leuten hier runter ich hast die position hier oben ok vielleicht nimm dir den äh den compound vielleicht noch ja links auf 110 weiß nicht mehr am berg so bock auf den drop alter ne lol das ist ein scheiß möwe man halt komplett behindert da hm eben runter ja ja ach komm wenn wir jetzt eh unten sind kann ich auf den drop gehen was sagt die neue zone ja ich wo ist denn der im query halt ah damn da ist doch grad noch ein med gibt das kann ich mir jetzt auch noch wenn ich grad dabei bin nordosten 75 schießen sie oh ich hab keinen platz mehr shit hast du denn ach der drop ist direkt hinter uns jo genau 85 am berg sind sie jo ja ich hörs mk14 drin die gar nicht mehr hast du gerade geschossen bonzo ja ok ja von hinten hab einen ausgenauft seitlich vorher beschossen also ich komm mit runter hast du ne zweierweste weggelegt ja ja hab ich ne zweierweste weggelegt nimmst du echt das gras damit hab zwei drei kills drei kills gras wurde beschossen auch von gegenüber ja naja will ich immer gras mitnehmen digga zwei leute rennen bergrunter drei leute ja das ist auch smoke ne ich sehs im first hit das grab ich mir auch mal schnell weil ich loot geil bin hat ne hit hat noch ne hit ganz unten jetzt zwei leute 115 ein bisschen rechts oh das sind drei leute alter kriegen die alle hits nicht so schlecht die waffe i like it die mini ist hier sehr gut vielleicht haben sie auch wieder gebufft ich schreibe mir nie was in die changelogs rein oh wir sind genau mittig der zone scheiße ich dachte auch grad ja er ist von hinten wenn er die möpse fassen hier sind zwei hellen bohns bohns 120 120 big stein hab's gesehen hab's gesehen lass ihn mal kommen ja ja werden noch geschossen von außerhalb der zone noch einer da der andere rechts ja der wird sie hingelegt der muss sie heilen waren glaube ich noch leute außerhalb der zone oberhalb oder ich bin auch schon auf der car ich sag ja oberhalb von oberhalb von ja nee der war am stein krass also wir sind immer noch rechts rüber über die straße wieder sind aber nur zwei digger da fehlen noch ein paar es waren drei ok es fehlen noch andere drei irgendwo fehlt noch ein drei squads vorsicht leute bei mir ist neuer zweihel er ist er pickt ja das andere das andere team ist auf 205 von uns mit den helmen die sind auf die leute die haben halt einen fight untereinander müssen beide nachher reinlaufen ich könnte jetzt quer hier runter gehen und wieder hochkommen oh scheiße jetzt werden wir nicht von hinten geschossen hügel hügel 2245 ja hügel 2245 ja hügel 2245 hier nicht mehr drin ich bin auf euch digger wo zum teufel ja die die rennen da rechts rum die rennen in die richtung ja ja seh ich die sind jetzt vor dir die rennen in den hügel hoch ich weiß ich weiß die rennen beide rechts drei leute da rechts ich seh eine oben auf dem berg von mir 235 hab ihn ausgenockt nö der wird sterben zone aber da war noch einer da waren noch mehrere ja da oben am hügel der hat den gerätzt der hat den gerät er ist gerannt er ist gerannt er ist gerannt er ist gerannt er hat hier grad mit nades voll geballert er hat hier grad mit nades voll geballert mhm ich bin direkt gegen uns mal in den straßen no way der retz im haus ja halt ich kann ich nicht holen wir müssen eh rüber ich weiß ich weiß also kannst hinter den steinen kommen hier mal wenn du es hinter den steinen hier schaffst hinter den kann ich auch gehen dem ist der vorne ja ja ich versuch's ok sonst sind halt auch gegner ne ja ganz stark digga ganz stark ich hab vision auf die hauskante ich kann sagen sobald sie rauskommen sind noch nicht draußen sind beide noch drin ja ja zwei leute in dem haus einer raus einer raus einer noch links beide down unten 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 ja ich hab ihn gesehen sind noch zwei ja einer hab ich genockt ich glaub es ist nur noch einer dann ja ja ok ja unten ich geh ganz rechts am kreisrand granate bei mir ah ich seh oh sehr schön schön ah ne was 5 kills hui good job ja easy 5 5 3 wenigstens nicht komplett useless alter 5 5 3 und so nichts erwischt ich hab 3 ja 10 16 16 ahja geht jetzt wievieles chicken ist das jetzt hintereinander hey ich glaub das sechste oder siebte ich hab keine ahnung mehr ich würd noch eine abschlussrunde machen und wenn ihr Bock habt ja eine mach ich noch jo eine mach ich auch noch hey gerdi grüß dich auch wieder dabei hi ping joh und joh 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 Ah, er reagiert aber. Leonard? Ja, ich bin da. Bist du dich ready? Doch, ich bin ready, what the fuck. Jetzt, lol. Bei mir war der Haken da. Gut, ihr habt es gehört. Abschlussrundchen. Guck mal in die Loots rein, ey. Wo sind die Gegner? Danke, Kassel. Pizza! Ja, gibt's dann, Frank. Danke auch für deinen Loot. Danke auch an Dizzy für deinen Loot. Dann schreibt immer schön liken und looten, Leute. Vielen Dank. Hähnchen-Loot von Kassel. Mektor-Loot von Frank. Ich feiere den Namen Pferde, Gandalf, ja. Danke auch. Kassel. Leute, ran in den Loot. Es ist kostenlos und unterstützt unser Schäfchen. Ja, das stimmt. Danke, Kassel. Jan B. nochmal in Loot und Dizzy und... ...Frank und Hagi und Kassel und Jürgen und Hagi und da kommt gleich noch einer von Jan rein. Danke. Weiß ich nicht, Leonard hat sich glaube ich irgendwie damit auseinandergesetzt. Was? Mit dem... Mit dem Pass doch, keine Ahnung. Genau. Warst doch du, oder? Äh, ne, eigentlich nicht wirklich. Paradise? Wieso? Als Abschluss? Jawohl, Paradise! Das wäre ja auch motiviert heute, ist unglaublich. Ab ins Paradies, ey. Ja, irgendwie kriegst du Klamotten und so weiter, wenn du irgendwas erfüllst. Ja, das kann ich dir auch mal kurz zeigen. Du zahlst glaube ich 10 Dollar oder sowas. Ja, genau. Was? Und dann kriegst du halt so Klamotten. Ja, ja, das zahlen. Sorry, nicht. Aber ich glaube, du kannst es aber auch erst spielen. Wenn ich das richtig verstanden habe, so den Sinn. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall musst du Missionen so abschließen, aber auch... Genau, ja. 80 mal Sunhawk spielen oder was es war. Oder erziele einen Kill auf Sunhawk oder so'n Scheiß. Dann kannst du es einsammeln. Was sind das, 10 hier? Ja. Bestimmt. Kote Stick. Ja, oh. Wo ist das? Kote Stick. Klasch. Jo. Wenn du leckst du die Scheiße, nicht auf mich schießen. Ich hab so FPS Probleme, Alter. Ja, ich auch. Oh, hier ist noch irgendwo einer drin Oben ist irgendwo einer Oder oben, ja Der muss auf dem Dach rumhüpfen Alter, sind meine Frames gerade im Keller gewesen Übelst Ich glaube außen bei mir Oh, ich bin auch down Ja, bei mir waren zwei, einen hab ich gekriegt Vor mir läuft einer Bin der Vector Bauen wir eine Weste, hat er irgendeiner eine Weste gesehen? Ich hab weder Weste noch Helm Cool, den ist da oben auf dem Scheißdach Irgendwas gehört? Ja, safe, irgendwo Richtung Park Ja, ich geh mal auf den Catwalk Ob ich da was reißen kann Ja, da hinten sind noch welche in einem Level Da wo Bronzirk schon ist Ja, hab ich gehört Danke für deine Spende, Jungen Da ich gerade wegen dem Bärmskanzig noch so viel Loot senden kann Dann werde ich dir ein wenig Euros in den Sparschaf rein Nee, dieser Zeitungbruch ist so schwer zu lesen Entschuldigung Dann greife ich dir ein wenig Euros in dein Sparschaf rein Jetzt haben wir's, alles klar Danke dir, Jürgen Sie wissen wie man hier hoch Was? Immer wo war's schon? Das hier, kennst du das hier? Nee Du kannst hier rüber und dann da rauf Und dann hast du mega gute Sicht auf die beiden Häuser hier unten Und wir springen natürlich daneben Giraffen das nie, dass du hier oben bist Giraffen das absolut nie Darum nennen wir das hier Catwalk Du kannst entweder da auf den kleinen Ursprung, Walt Das ist aber nicht ganz easy Ja, oder einfach drüber springen, genau Genau, genau So, oder einfach drüber springen Und dann kommst du hier auf den Catwalk Das stehe Hier oben, du kannst auch auf die Häuser Dächer hier springen Kommst du da rüber gesprungen? Du bist da hier auch Nee, nee, das leider nicht, das leider nicht Ja, wenn ihr noch einen Elm seht Oh, ich hab einen Elm Ich möchte eine Weste Hier liegt ein Drei-Rucksack noch Au, er hat drei Westen Ich push hier mal West, die sind hier Ja Vielleicht noch einen Reddy Vielleicht dort Irgendeiner nördlich von mir Oben Ja, ja Oder? Ja, oben Einer links von mir Ah, er hat bessere Aim, okay Wo ist denn hergekommen? Ich bin hinter der Wand, hinter der Wand Hinter der Wand Wollt ihr weg? Äh Aber Kannst du das Fenster covern, Lettix? Ja, man Ich kann Schiebressen Ja, oben Fenster einer Okay, die gehört schon mal nicht zusammen Ich komme nach hinten zurück Vom Medkit und komme wieder Renn weg, Renn weg Ah Der Bodyblock Ich habe halt auch noch Beine Arschen Ah, ich droppe dir kurz ein Kit Moment Ne, hast du eine Waffe? Beine Arschen komme ich erstmal klar Äh, ich habe genau einen, den gönne ich mir jetzt Okay, mach das Äh, ich habe einen erste Koffer Er meine Booster Booster hätte ich auch Ah, einer im Fenster oben Komm her, Booster Ja Ja Geh mal außen rum Der Band auch noch Schüttler Ja Hab ihn Alter Wie er dich nicht killt Warum nicht? Absolutes schlechte Aim hatte der Liegt nur ein zweier Helm Oh, einer hinter mir? Einer Ja Ah, ich sehe einen Ah, ja Bei L Nein Bei Nein Ja Als Traumseker Dreimal Hits gegeben, Alter Da war instant hier Ja, oben ist noch einer im Haus Was? Brauchst du einen, äh Erzählfekasten? Ich glaube nicht, nein Ich will auch noch Buffer geben Hey Bedrocker Grüß dich Weich Das sind wir noch oben drin Ja Geht's hoch Oh Gott Er war gar nicht oben drin Ah, klar Hat jemand eine QPZ für mich? Ich hab eine Oh, hier ist eine Ich spiel sie selber Gibt auch noch eine Freu dich Waren wir weg? Ja Ich brauch noch einen Close Combat Scope irgendwie Ich hab irgendwie null Zero Attachments Ich hab einen Red Dot Ähm Was hast du für eine Waffe? Und M4 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 ist ein taktisches Lager Hier Bei der Oder ich nehm sie mit Ich bräuchte Ich bräuchte noch einen Scope für meine Car Magazin hab ich auch noch Alter Alter wie schön Wie viel Buffer und Ich zeig's hier rum Leicht heile geschehen Machst du noch einen Mac, Leonard? An der weiteres Mac, ja Hier liegt noch eine Spritze Warte, warte, warte Warte Spritze hab ich gehört Wo? Hier liegen Klamotten Komm mal hier mit rein Hier liegt noch ein Äh Bankpolster Warte mal War es Steps in Main oder hab ich's nur gedacht? Ich hab auch grad Steps gehört Aber ich glaub es waren nur für einfach fähige leiteste Steps Ja, ich glaub auch Hab noch Bündungsverdämpfer ja übrig So, ne Ich glaub die haben dafür auch Ich hab richtig viel Buffer und äh Wird gern was haben Ich hab 5 Verbände an Energy, sonst nix Ich hab 6, 5 Ja Ich leg da ne 2, wisst ihr Ja lass mal pauen, oder? Auf jeden Fall Ist man Firstlight rüber? Ne, ne? Doch, klar Geh mal die Hälfte Wieso ist das Tuk Tuk? Für die, die es noch nicht gesehen haben Ist nicht fahrbar, oder? Ist nicht fahrbar Oh man Aber immerhin ist schon mal auf der Map Schau mal was Ja, Drop Oh, der droppt 90 Ja, 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 ja Der ist auf jeden Fall Ja, wird da drin sein hoff ich mal Oh, neue Militärweste Hier liegt ne leicht angeflickte Militärweste Falls du mir noch Bock hast Wir sind auf Weg zum Drop Wir sind schon weg Ja, ich hab nur Attacke! Ich hab auch ne Militärweste, also da gibt's sowieso noch ne Weste dann im Drop dann Kann ich auch noch nehmen Attacke! Deutsch Deutschroak Festival, wo ist denn das? Hört sich aber gut an ok top liegt auf der straße ich habe auch smoke ich prallte die smoke an dem baum ab ich werfe noch mal eine dran und werfe noch mal eine weiter hinter jetzt nur drei weste auge will jemand die auge würde ich spielen wenn ihr den jemanden nimmt aber auto kommt links links drei weste liegt noch drin ja ich komme schnell drei wir wissen nicht wo der job ist aber der smoke boys haben da angehalten bei dem compound die fahren weiter und immer die auge schuss von rechts drei leute Drei, einer ausgenockt Noch einer ausgenockt, muss noch einer sein Alle, oder? Ich finde ich noch Andere Bergseite oben Ganz oben drauf Kein Visier, das war nicht freudig Safe Sind zwei auf 195 Hatten Hit Wer kriegt noch von wann das jetzt? Wir sind safe auf der Seite hier So Jetzt call mein Helm, please Ja, ich krieg auch mal was Scheiße Die sehen mich ja Ach, die sind auf einer anderen Seite Die sind auch Richtung Süden Beide hinter dem gleichen Stein, Alter Einer ist da oben genockt Ich hab' dir Komm mal zu mir, Leonard Gegen Ich hab' was Schönes für dich So So Dalli Gebe ich dir dann Ach nee, lass mal gut sein Den linken Compensator noch Okay, nehm' ich auch Laufen 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 rechts weg Einer mindestens Einer ist noch am Stein Aber wir müssen auch weg Jo Keiner von denen mehr in Helm Oh der hat doch Warte, der ist close hier vor uns Andere Straßenseite Am Stein Rechts von dem Hütchen Ja Oben noch am Hügel noch einer Der Botte dübel rum Das ist ein PubG-Mobile player Zwei leute Einer ist noch Rot Alter Das waren Die übelsten Potatoes, Alter Das waren ein PubG-Mobile-Player So hallo 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 halt von Helm alter legt denn hier die Kiste hier vierfach hier legt die andere Kiste ja ich brauch dafür eigentlich nix kein Helm hat irgendeiner nen Helm Die haben keinen Helm, die haben alle keinen Helm mehr. Okay, let's go. Oh, wir sind auf der anderen Seite. Wir haben was getan für die Headshot-Crate. Südtirol gibt's Rockfestivals, echt? Südtirol? Südtirol? Alter, kein verfickter Helm, Digga. Ja, ja. Da ist ein Headshot in die Hose, Digga. Und die hinter uns hatten auch keinen Helm. Ja, Alter, ich hab meinen mit Headshot genobbt, Alter. Idiot. Den letzten hab ich mit Headshot geholt. Längst von und zwei... Wird hier in den Kram laufen, vielleicht. Mal direkt aus der Red Zone raus, Alter. Außerdem will ich eigentlich noch durch das Gebäude laufen und hoffen, dass ich einen Einer-Helm finde. Kann instant weiterlaufen. Guck dir die Zone an. Oh, yes. Ich hab nur noch drei Versace, wieviel habt ihr? Also danach zwei. Ich hab drei. Hast du keine Buffer mehr, oder wie? Doch, doch. Schmerzmittel. Ja. Alles klar. Ja. Ich lauf mal. Ey, wir haben es wirklich weit, ne, Jan? Ich weiß, ich lauf auch, Alter. Auf der anderen Seite. Ich hab mir noch einen Einer-Helm hier drin gegönnt. Ich sehe einen stehen. Weil... Okay. Drei... Auf der anderen Seite sind direkt drei, wir können nicht rüber schwimmen. Und auf unserer Seite sind auch noch vier. Da haben wir recht. Bis wir fast sind nicht mehr rein. Einer snorkst da oben. Ja, wir sind weg. Da andere Seite, Mann. Die kämpfen uns halt absolut ab. Wo gehen wir durch, Jungs? Wo geht's durch? Schwimmen wir hier? Direkt vor uns die Gegner. Ja, also abschwimmen. Ich schau drauf. Und sterben. Ich schau drauf. Lauf. Okay, krass. Wir müssen halt da hochpushen, ne? Ja, ja, machen wir. Machen wir. Wir holen dich auch raus dann, wenn du uns coverst jetzt. Normal, Digga. Wird aber grenzwertig mit der Zone dann. Oh, übertrieben. Komm, geh auch los. Scheiße, cover. Wir sind safe. Wir sehen uns. Die sind auch gerannt. Die ist oben uns knapp. Tut die schon richtig weh, oder ist das... Ja, die tut richtig weh. Das ist die vierte. Oder? Oder ist das die dritte? Ich hab keine Ahnung. Das ist die vierte, oder? Oh. Arsch. Oh, ja. Ja, ich sehe ihn. Nice. Schön. Die TPP-Player können alle links, Alter. Das muss man sehen. Da ist noch einer. Rechts über dir. Okay, geklappt. Boah, ja, gut. Haben wir ihn genockt. Ich geh mir schnell raus. Okay, rechts noch einer. Noch hinter dir einer. Ja. Ich kann nicht. Oh, ja, okay. Oh, bin zu spät dran. Alter, da waren zwei Teams, Alter. Wie andere hat das denn, bitte? Ich geh zu und er hat mich gekillt. Ja, renne einfach. Darfst du nicht, oder? Ja, ja. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach. Da kommt noch einer. Ja. Zwei. Oh, Gott. Hab ich. Ich hab auch schon nicht geschossen. Schade, Panade. Egal. Haben ja nur ein paar Chicken gemacht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall, oder ich, geht zumindest in die Mittagspause. Gibt's erstmal was zu futtern. Ich schätze mal so gegen 16 Uhr wird's dann weitergehen. Wie immer schaut auf Discord vorbei oder so, wenn ihr da Bock habt. Wissen wollt, wann's weitergeht. Vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank für die Donation an Jürgen. Jürgen. Entschuldigung. Und... Danke auch für die ganzen Loots natürlich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vergesst das Däumchen nicht. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.